So ihr Lieben, ja die nächste Runde Pokémon Unite steht an, natürlich nicht alleine, aber alles zu seiner Zeit, nach dem Intro. Ja und damit ein herzliches Willkommen an alle die eingeschaltet haben, schön dass ihr da seid. Ja, ist schon ein bisschen verbuggt bei mir beim Intro, ich hoffe bei euch ging das. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht alleine, an meiner Seite heute wieder, der gute Draco, Fluxer und Zodatox. Hallo ihr Lieben. Wo, wo, wo sind sie? Hallo, no. Da sind sie, oben links in der Ecke könnt ihr sie sogar sehen, ne, Discord integration und so. Ja, genau, 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 Pokémon Unite steht wieder an. Wir sind vier Leute, vier Leute, ja sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gibt es vielleicht noch spontan jemanden im Chat, der Bock hat? Äh, ich sehe da jetzt keinen, der... Wahrscheinlich nicht. Äh, gut, wir, wir, wir werden erstmal zu viert, zu viert hier Action machen und ja, ein Platz ist noch, falls jemand dazu kommen möchte. Einfach, es könnte sein, dass der Server mittendrin abschaltet. Hm, was? Ja, Update. Ach, scheiße. Ja, ich habe ein Update gelesen und weggeklickt. Hm. War das, ist es jetzt? Ist es... Hoffen wir mal, das soll heute irgendwann sein. Keine Ahnung, wann UTC ist, Universal, Time, Irgendwann. Ach, okay, ja gut. Da bin ich auch immer raus, ne, wenn da steht UTC. Ich sehe, du hast Wank gespielt. Irgendwas. Ja, ich hatte mit dem guten Surrey Talks am Montagabend, glaube ich, ein bisschen gespielt. War das Montagabend? Ich glaube. Ja, ich habe auch schon Wank gespielt. Hübsche Frisur übrigens. Ich glaube, oder? Es ist, es ist... Ne, sowohl in-game als auch. Gönnt euch, gönnt euch meine, meine Stiefel, Alter. Boah, die sind richtig, mhm. Alter. Mein stylisches Outfit. Oh, Julian, deine Jacke ist hart. Bewegt sich das? Ne. Ist die noch vom Wochenende, oder? Jacke? Ja, hast du ja so nach zu viel gefeiert und dann draufge... Achso, ja. Äh, äh, äh. Ja, äh, äh. Äh, äh, äh. Ähm, ja, wollen wir ranken? Spiel? I don't care, ich will einfach spielen. Ich wäre erst für Quick Match. Ja, können wir gar nicht, weil wir zu viel sind. Warum auch immer. Achso, derzeit ist das in den drei Jahren liebsten. Ja, ah. Dann schon noch. Ah, ja, dann, ne. Einspielen und dann... Wir können Quick... Ein bisschen Quick Action machen hier. Ähm, so, als Abwechslung. Wir legen einfach mal los. Und haben kaum gefunden. Naja, als Vierer-Truppe, ne. Vier gegen Vier, easy. Da ist Matchmaking ja eine einfache Geschichte. Ich gehe wieder Jungle. Hier gibt's kein Tumpe, aber ja. Auf der Vierer-Map. Achso. Äh, ripp. Zwei oben, zwei unten und dann gucken, was passiert. Das ist sowieso Carnage. Ich gehe mal auf den Move Speed. Äh, hier, wieder. Jetzt auf den Move Speed. Ja, Mann. Also, ein bisschen weniger Heal und dafür mehr Zoom. Oh, klingt gut, klingt gut, klingt gut. Und Damage, mehr Damage auch. Ne, Damage, Damage. Immer gut. Damage. Damage gefällt mir, Damage finde ich gut. So, ich hoffe, ihr seid alle gut hörbar, aber sollte eigentlich... Oh, ich könnte ja mal Ready drücken. Ja, wenn die Gegner es nicht machen, hilft es leider nicht. Ist auch egal, ja. Oh, der Gardevoir? Ja. Damn. Und Wiggly Tooth ist der Neue drin. Ja. Deswegen brauche ich 8000 Coins, also noch knapp 4000 und hat zerquetscht. Ja, ja. Hell yeah. Ja, ich will mir Gengar als nächstes gönnen. Ich weiß es gar nicht. Gengar ist broken, Momtor. Ich habe jetzt abgebaut. Wenn wir denen einen Drachen holen, an dem ich den Namen ständig vergesse. Knallrawa. Knallraak. Ja, knallraak. Hell yeah. Die Rohr ist kein Trache, glaube ich. Ist nur ein Elektro-Hamster. Ich esse mit einem Frosch. Alle, alle, alle. Nur ein Elektro-Hamster. Hey, let's kill stuff. Oh yes, baby. Sogar noch bis dahin. Okay, so weit zu gut. So weit zu gut. Den kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht. Nee, 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 nee. Vergiss es. Kann aber vielleicht ein paar Gegner. Oh, da kommen sie dir. Oh, da kommen sie dir hier. I don't know. Er holte Beere. Greifen wir den an? Ja. Oh, raus da, raus da, raus da, raus da, raus da, raus da, raus da. Okay, war dumm. Ah, ich hätte doch die, 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 die. Okay, ach, bin ich bei. Egal. Bin unterwegs, mein Gott, bin unterwegs. Ah, Sammy, Sammy schaut auch vorbei. Aber spring nicht hier hoch, wenn sie es hat. Oh, hallo. Ja. Hello there. Bisa floor on point. Bisa floor on point. Oh, krass, wie sollte er mich? Der muss man unschotter sein. Wieso, wieso greifst du den an? Okay, order tags weird stuff. Okay, nice. Okay, Apollo, ja, now, now I'm doing things. I guess. Okay. Wir gehen wieder nach oben, Fluxer? Und, wir sind Gegner, direkt unter uns. Ich dachte, okay, ich dachte, wir holen uns, okay. Ja, macht aber keinen Sinn, wenn die Gegner hier sind. Stimmt natürlich. Jusy Speed. Stimmt natürlich, stimmt natürlich. Ist, ähm... Hä, wer hat mir... Okay, wie hat die das dann gemacht? Ist das das Problem, wenn man den, den... Äh, die anderen nicht spielt? Hehe, okay. Distraction. Nein! Never mind. Not enough. Not good enough. Ja, können wir den holen? Wie bei uns, ist er. Falsch, Bro. Sie sollten langsam mal pumpen. Ja, wir haben auch noch gar nicht gescored, ja. Ja, denn wir fielen ja auch die ganze Zeit. Die machen uns fertig. Aber nö, erste Rundeaufbau-Runde, wir müssen erstmal reinkommen. Aber die haben halt auch einen Lucario und wir haben einen Haufen squishy ranged attacker. Ja. Das stimmt. Das kommt erschwerend hinzu. Okay. Ja, müssen wir's machen. Guck dir das an, ey. Ah! Okay, da komm ich nicht durch. Wie der einfach nur ein Outfit-Tag gemacht hat, ey. Ja, nicht durch. Ja, ich hab jetzt meine Ulti. Nein! Oh, come on! It's so close. Stop feeling it. Wir fielen gerade alle. Hallo, Amigo. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Guter. Was ist das denn? Alle am innen, ja. Alle am innen. Ich komm auf gar nichts gerade. Also, ich hab's vergessen. Ich verliere ständig meine Scheiß-Poke-Bälle. You're really struggling. Oh shit, Sherlock. Vor allem kommt man doch... Ich hab... Mann, ich bin Level 6. Ich kann nichts machen. Wie bist du Level 6? Weil mir die ganze Zeit meine Pokémon geklaut werden. Alter! Ich hätte mich einen einzigen Lasted gemacht. Ich bin Level 10. Ja. Ich werd... Ja, nee. Äh, nee. Du kriegst auch nicht die Dienste. Der hätt echt Tank gebrauchen können. Ja. Ich kann halt nichts machen. Null. Nada. Niente. Naja, nicht Level 6 gegen 10, ja. Ich fahre mir jetzt einfach... ...eine Minute zu fahren. Ja, das bringt halt so gar nichts. Ich hab gescored. Nice. Stimmt, ich sollte auch mal scoren. Ich hab auch gescored. Hell yeah, baby! Ähm, okay, ja. Ja, klar. Dieser Floor nimmt mich. Ah, sie nehme ich beide. Ah! Okay. Okay, er hat mich gewohnt. Close, beide. Ah, zu close. Well, ja. Uff. Ja, kind of rough. Kind of rough. So weit... Äh, nee. Ich kann halt auch nichts... Die klauen mir halt auch die ganze Zeit meine Pokébelle. Das geht mir so auf den Sack. Oh no, mein Pokébelle. Ja. Ganz... Das ist ganz vergessen. Ich komm meine Hult nicht machen! Ich bin jetzt Level 11. Ich hätte einfach mal farmen sollen. Wir sind Level 14. Ja. Ich kann gar nichts machen. Ich hole einen Kill hier und da, aber es reicht einfach nicht. Ja, ich auch. Also. Wir brauchen einen Tank und keiner von uns hat so richtig Bock Tank zu spielen, oder? Nee. Ich habe keinen Tank. Ich habe keinen Tank. Ja. Relaxo, Lamus, gar nichts? Nee. Nein. Die sind glaube ich ja nicht in der Rotation. Aber waren die nicht for free? Wieso? Die sind nicht... Ja, aber wir haben nicht so viel Level. Ich habe gerade, äh... 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 Dann kriegst du einen, kannst du einen aus der Liste auswählen. Ah! Okay. Ah, ich bin zwar wieder rausgegangen. Turn to Lobby. Ich habe gerade gemerkt. Äh, und dann schauen wir mal. Okay. Ich muss wieder eingeladen werden. Äh... Weil ich habe Lamus und Relaxo, deswegen bin ich irritiert, deswegen bin ich sehr irritiert mit dieser. Äh... Ich glaube, ist ja schön. Weil das man sich einen aussuchen kann? Ja, okay. Ich glaube, da habe ich Relaxo genommen. Ich sehe den Code gerade nicht. Aber wieso habe ich Lamus? Okay, oh ja, ich bin mal zurück. Äh, beziehungsweise guck mal, ich kann nicht einfach reinlaufen. Alles gut. Also ich kann dir immer sagen, was ich habe. Ich habe nur Lamus. Tatsächlich. Von den Tanks. Okay. Ja, gefühl. Lamus wird mir doch Alarm. Ich meine, da hätte ja auch jemand Locario spielen können für einen Allrounder. Ja, stimmt. Ist da gerade... Ja, das hätte ich gemacht. Äh, habe ich nicht so angedacht. Ja, das hätte ich nicht so angedacht. Hm. Ja, doch. Äh, dieser Floor ist doch gerade in der Rotation. Er ist Tank Tank? Nee, der ist Tank Tank. Stimmt, das ist ein Range Attacker. Claim Reward. Lamus. Duplicate. Ah. Das ist so schlecht. Na gut. Okay, lange Rede gar keinen Sinn. Wer wäre jetzt als erstes irgendwas... ...Defense-mäßiger Song? Dammit. Ja, äh, Seratox, willst du Lucario machen oder soll ich Relaxer nehmen? Ist auch nicht unbedingt, glaube ich, so wichtig. Ist nur... Ja, ich habe auch schon einen reinen Attacker-Comps gehabt, wo wir die anderen komplett zerstört haben. Ja, aber... Ja, also gerade auf dieser Map ist es einfach nur wichtig, nicht so Übelst auf den Sack zu kriegen. Ja. Ja. Ich gebe mal ab, da. Knurdelos. Jut, ich mache Relaxo. Komm, gib mir Relaxo. Und einen wunderschönen guten Abend an all die Angestadt haben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Äh, wenn ihr Bock habt mitzumachen, äh, schreibt einfach mal in den Chat. Wir haben noch... Wir können auch 5 gegen 5 spielen. Es ist noch Platz. Es ist noch Platz. Wir könnten auch, äh, Ranked spielen gleich. Zu 5 könnten wir auch Ranked spielen, ja. Wir können auch zu 4 Ranked spielen. Aber stand da nicht gerade, oder war jetzt gerade die Rotation? Weil da stand doch gerade noch, dass man das nicht kann. Zu 4 Starten Ranked. Da stand... Ist nicht, geht nicht. Okay, jetzt müssen wir gleich nochmal gucken. Wahrscheinlich wie bei League. Äh, okay, wie bei League? Wie ist es bei League? Kann man da nur Duo und volles Team, oder? Nee, also du kannst Solo-Duo machen. Du kannst als Dreier-Team machen. Aber Vierer geht nicht. Da muss dann Fünfer-Flex-Team sein. Ah. Okay. Also man kann 1, 2, 3, 4... Äh, 1, 2, 3... Oder 5 machen. Ja. Das geht nicht. Weil man den Einzelnen ja komplett rein-tornen könnte. Ja, gut. Das ist natürlich, äh... Ist das der Grund? Gefühlt kann auch... Naja. Naja. Ready? Go! Also... Es ist einfacher, wenn 4 Leute auf einen einschlagen, als wenn nur 2. Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich richtig. Wir sollten nicht die gleichen Pokémon angreifen. Okay. Wieso? Nein, weil Last ist, äh... Zumindest bei Attackern, mehr, äh... Also das bringen bei jedem mehr XP, aber dann müsst ihr halt... Ihr müsst die sowieso gleichzeitig angreifen, aber ihr könnt sie ja scheren. Oh, 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 da oben, da oben, da oben. Ah, das sind 2 hier oben. Das sind... Okay. Oh, 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 was seh ich denn da? Vuxa, den kriegen wir! Vuxa, let's go! Nice one! Den auch gleich noch? Ah, ich komm nicht durch die Wand. Okay. Unten? Too bad. Too bad. An unserem Punkt. Ja, ich, ich, ich resten mal kurz. Bin unterwegs. Ah, die sind an unserem Punkt! Ja, das sagt ich. Helden, so konnte ich das nicht... Ja, das habe ich gesagt, ey. Komm, Lucario, fertig machen. Genauso will ich das sehen. So. Shit! Gengar... ...hat sich entwickelt. Stopp. Nice one, David. Nice! Nice! Gott, da ist jetzt die Reichweite meiner Angst. Sehr sexy. Gib mir die Berry. Gib mir die Beere. Heavy Slam! Genau, greif mich an. Ich schlaf hier eine Runde, greif mich an. Oh Gott, wir haben zwei Tanks. Komm nach unten. War's doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Alter, nur Crits gerade gemacht. Hilfe! Das ist doch sauber, genauso. Ich habe das mal beskort. So, Datox, Brauchhilfe. Nice one, nice one. Come on, finish him. Finish him! Nein! Die Bälle, die Bälle, die Bälle. Okay. Komme! Äh, das Mitte ist... Mitte ist... Okay, wir sollten, wir sollten... Okay, yep, I'm going. I'm going. Run, David, run! Okay, on point, heilen. On point, heilen. Clap them, clap them! Okay. Easy claps. Das ist haarig, 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 haarig. Sieg muss Beere. Hehehe. Na komm! Wie kann er mich noch killen? Holy shit, der Damage ist real. Oh mein Gott. Okay. Damage ist real. Wollen wir mal zusammen unten pushen und dann scoren? Oh, komm. Hier, am Punkt, am Punkt. Hopp. Running, running, running. Ich hab meine Old, ready. Nice one. Top lane, lass uns top lane den, äh, abfrustücken. Ja, komm, komm, komm. Ja, Lucario. Nice, sü. Leer auf die CC, bitte nicht. Ey, war doch gut, war doch gut. Nein, war's nicht. Du bist doch gerade rausgekommen aus deinem CC. Nein. Ging ja noch. Der sah so aus, als ob gleich vorbei wäre. Ich hab den Early abgebrochen, damit du triffst. Ah, okay, gut, das, das muss ich. Die scoren bei uns. Ja, wir scoren bei denen. Ja, aber, wir müssen ihn ja doch nicht ranlassen. Ja, aber, wenn wir da sind, dann machen wir doch viel mehr. Oh, okay. Wenn man schon mal da ist, ja. Oh, jetzt sterben wir aber. Alter. Okay, okay, wir brauchen Hilfe unten, Leute. Und ich bin tot. Dann zu Datox, genau. Knacksel macht ganz schön Damage, halt. Nein. Oh, stammt. Ja, das ist, das ist... Alles sehr haarig. Okay, nice one, nice one. Okay. We're in the lead. Okay, eine Minute noch. Einfach so aufhalten. Das, das, das Vieh in der Mitte. Bin unterwegs nach unten. Steh niemals hinterm Absatz, der dritte zu Tode. Komm in die Mitte, komm in die Mitte. On my way. Ich muss rüchtern. Shield. Okay, alles cool, alles cool. Geht's gut. On point. Los, 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 los. Kaputt machen. Oh mein Gott. Nice one. Ah, ich konnte mein ult nicht machen. Ich will einmal scoren. Ich konnte nicht. Nice one, David. Nice one haben wir noch gehalten. Ja, einfach zwei Tanks stark zu werden. Richtig sauber. Naja, es lief doch, lief doch. Die Map ist schon... Puh. Die ist intens. Ja, die ist intens. Wow. 116 zu 60. Lovely. Ich hatte eben mal eine Runde, da haben wir 730 zu 112 verloren. Au. Au. Das tut weh. Deklassiert worden. Vernichtet. Pulverisiert. So, jetzt kann man nochmal gucken, Ranked, aber... Wait, jetzt geht's. Nein, das war ein Standard-Battle. Oh. Ich dachte, ich hätte sauber gedrückt. My bad. Oh, Standard-Battle. Du hast zweimal gedrückt, aber das ist Nintendo. Das heißt, du musst einmal drücken, warten, bis es fertig ist. Warten. Dann nochmal drücken. Richtig. Das ist übrigens in dieser Champions Select hier der Grund, wieso ich lahm muss warm. Nicht wieder. Ja, weil es ist... Weil ich musste von der einen Seite komplett zur anderen rüber switchen. Es hat einfach 15 Sekunden gedauert. Ja, das ist so schlimm. Das ist so langsam. Der hat ja ungenogen so lange gedauert. Wir haben keinen Defender. So, Datox, machst du Defender? Ich weiß nicht. Ich kann auch. Ich kann wieder. Es fehlt ein Attacker und ein Defender. Defender. Ja, so sieht es gut aus. Okay. Aber jetzt sind Davids starke Heals nicht mehr da. Pass schon. Ja gut, ich habe ja... Naja. Pass schon. Ich glaube, ich will mal Knuddelhoff aus. Ich will mal Knuddelhoff aus. Mhm. Geht noch. Ja, ich wundere mich auch gerade, wieso das alles noch geht. Okay, ich habe dann gefragt, ist das mein Internet? Siehst du? Läuft. Ich habe auch noch Items eingestellt. Ja, das nehmen wir noch. Und das nehmen wir noch. Nehmen wir... Ja, sogar Miss-Click. Angriff ist die... Nee, Miko. Das ist... Ja, die Idee ist nicht schlecht. Der Angriff ist die beste Verteidigung. Also nur Attacker. Aber... Nee. Der Gorak ist noch neu. Der hat noch kein Item. Das könnte nach hinten losgehen, wenn wir nur Attacker nehmen. Stimmt. Oder er hat es verpeilt. Ich meine, bei mir war auch... Nee, du hast automatisch Potion drauf. Achso. Ja. Dann, my bad. Habt ihr recht. Ja, ist auch neu. Oh, der... Heißt, wir fokussen den, ja? Nee, was muss ich nicht sein? Achso, wo gehe ich eigentlich hin? Bottom, top? Ja, wir gehen bot, komm. Wir gehen bot, okay. Wir gehen bot? Ich gehe... Okay, dann gehe ich top. Bitch-Snap! Lucario geht bot. Äh... Ich gehe... Können wir das denn mal machen? Der wird sich nicht auf uns einpaneln. Nee, nee, deswegen gehe ich jetzt nach oben. Nur, dass da keiner von uns alleine ist. Okay. Bitch-Snap! Love it. Love it. Erst in unten? Okay. Na gut. Die Gegner sind da. Glumanda? Let's... Let's... Let's fetz. Let's fetz. Let's fetz. Let's fetz. Wenn Partner haut einfach. Ja, Mann. Genau so. Genau so muss es doch sein. Ich... Ich wurde jetzt dreimal von Lucario bei meiner Watergang gecancelt. Und er... Single-Roller. Fightet einfach. Okay, lass uns mal da. Und fehlt. Äh... Was meinst du? Er hat... Er hat allein gekämpft? Nee, was? Er hat... Nee, er hat... Na, das gegnerische Lucario hat mich... Man kriegt einfach keine... Mehrfach... Quasi keine XP, wenn wir den Last auflassen. Alter, ich war auch gestart. Warte, 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 warte. Lass mich... Lass mal unabhängig voneinander farmen. Ich hab dir gerade erzählt. Du, das funktioniert ja nicht. Ja, das ist eh vorbei. Gott, damn. Alter, ich werde ein Wunster gibt, ey. Holy shit. Pikachu, Lucario, Alter. Das ist die Mie... Ja, dass ihr da beide gestorben seid, du random und dann direkt hinterher du es hat... Dann, jetzt haben die alle beide ein Level ab mehr als ich und haben mich von zwei Drittel Leben einfach in das ergibt. Jetzt ist es quasi vorbei. Und nochmal den Lucario gekillt, oder? Okay, da ist ein Dings unterwegs unten. Der Pikachu ist Level 45. Ich muss mich mal kozielen. Okay. Jun, willst du noch unten gehen? Soll ich noch unten gehen? Ähm... Wir werden hier so ein bisschen gleich... Ungeteasert. Geh da noch raus. Ich bin noch oben. Ja, das war klar. Run, 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 run. Ich bin schon unterwegs. Oh. Easy. Aber jetzt nicht, bitte nicht. Ich bin ja mal hier, jetzt bitte nicht. Nee, nicht Greedy. Ja, du mal nicht Greedy. Was machst du da? Nö, warum? Mein Lucario stirbt wieder. Ach so, da ist er noch. Okay, nice. Ich spiele auch mal und dann komme ich nach unten. So. Disrespect auf der gegnerischen Base recoil. Äh, jetzt den Dazzling clean. Äh, ich komme nach unten, Flutzer. Jun, du hältst dich da unten. Ich bin ja auch unterwegs. Also so, ja, dann hätte ich... Nee, nee, den. Wir müssen, wir müssen... Crash auf. Er geht wieder rein. Du hast doch irgendwas Range-mäßiges, oder, Drin? Ja. Ja, dann kannst du versuchen, den halt Last Hits zu snacken und so und die zu poken und zu nerven. Focke ich so, glaube ich. Okay, bin da. Ach Gott, Hilfe. Gott. Ja, Pikachu, hast du Bock? Ähm, Alex, du stirbst. Oh Gott. Kannst du bitte nicht runterkommen, um dann selber noch mehr zu fienen? Nee. Ja, kommt drauf. Komm, kommt drauf. Komm, kommt drauf. Ja, okay. Gut. Stunt ist gar nicht? Alter. Ah, nee, es macht Damage. Okay, ich dachte, das wäre derselben Move. Okay, my bad. Der ist link neben. Ha, na gut. Okay, Pikachu ist irgendwo, oder? Ah, nee, da ist es ja. Oh, Herr Scheiße, die haben einen Rücken bekommen. Weiße. Kario, no! Der Typ kann nur eine Sache und das ist auf die hinzurennen. Oh, what? Hey, das ist so, Piers. Ich glaube, er hat gedankt. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich gehe kurz heilen. Eine Beere. Oh mein Gott. Shit. Ich glaube, Apollo ist so lächerlich, wenn er sobald es Hex hat. Ja, ja. Sobald es Apollo wird, ja. Man hat nicht sofort Hex, wenn er Apollo wird. Doch. Äh, doch, doch, wirst du. Hast du. Kannst du auch, was du doofen. Ja, ja. Kannst du haben. Aber du brauchst halt Gift dafür. Also, im Endeffekt noch nicht direkt, aber. Apollo und so. Alter, ich konnte. Wie lange war ich bitte gestunnt? Es ist noch nicht die OP-Combo. Aber, ja. Wieso ist der Level 9? Was da denn passiert? Bin da, bin da, bin da. Meine Ult ready? Sie macht irgendeinen AOE-Support-Gedöns. Ja, tolle Ult. Okay. Okay, yes, yes, yes. Nein. Oh, ich habe gefehlt. Ich wollte es wegmachen, habe es reingemacht. Ja, okay. Ja, der Pikachu hat auch schon das Flash-Item und wir haben einen Teammate, der ungefähr so gut ist wie deren Glorak wahrscheinlich. Ungefähr, ja. Zur Hölle? Ja, was ist mit diesem Stun los? What the fuck? Was? Zur Hölle? Man ist einfach mal gefühlte 10 Sekunden gestunnt. Okay, Gang hat halt 0 schon gemacht. Ja, das ist richtig schlimm. Goddammit. Und jetzt. Danke dir. Ich komme raus. Oh, ich komme raus. Ganga ist hier unten. No. Ganga ist hier unten. Ganga ist hier unten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Cool. Ja, die Molzen wir nicht, ne? Ja. Pikachu hat mich gerade one-shotet fast. Ah, das ist haarig. Sehr haarig. On my way, slow bro. Okay. Äh, Mobs fahren? Nö, dass ich wieder unten machen, dann kriegen wir... Meinst du dann aber ne Chance? Naja, das gibt, ähm... Schild und XP, ja. Ne, die kommen zu dritt. Holy shit! Holy shit! Ich bin, ich bin... Nein, das war... Die Sache ist, ich komme hier unten mit dem, seit der... Du Kajo da... Warum funktioniert meine Schiss-Ability? Okay, what the hell? Ich muss zurück. Also, halt jedes Mal, wenn du rein im Lokal bist, wurde ich irgendwie dazu bezwungen, zu fighten, um zu versuchen, ihn zu retten. Das heißt, wir haben auch fast nichts... Wir haben fast nichts gefarmt, weil er einfach ständig stirbt. Und, also, du bist zugekommen und dann liefst du jetzt auch nicht unbedingt viel besser. Ne, ne, ne. Oh mein Gott, ey. Wir gehen halt rein und versuchen, ihn zu retten, indem wir einer mehr sind, oder was... Ja, ja, aber das stimmt trotzdem dann einer von uns mindestens. Ja, und wir kriegen keinen Kill. Vorsicht, so der Dax. Ich war aus der Range raus. Und dann sammeln sie sich wieder die... Ach, das ist so dumm. Wichtig sind jetzt nicht die Bälle für uns. Für uns sind... Wir können dir nicht danken. Für uns ist die XP wichtig. Later! No! In der Mitte ist Zappdoss gleich. Ja, das kriegen wir nicht. I tried. I tried. Das könnten wir höchstens versuchen zu snacken. Ja. Naja, ja, ja, klar. Selber machen nicht. Nur mit Ulz. Äh... Mit Ulz-Naksel ist schon da. So, nein, das ist aber... Lass uns mal gucken, dass wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Das wird das. Snacken des Zappdoss und dann... Und dann... Aber nicht... Nicht selber machen. Bucario. Blicke's down. Ich renne jetzt mal nach oben durch. Und... Bucke's down. Naja, Zappdoss objective. Objective spielen und so. Okay, anscheinend ist keiner oben. Dann nutze ich das mal. Ah, ne, 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 ne. Ich war meiner... Ich hab gerade meine Old Axie wie mir das. Jaja. Yo, ich konnte gerade 80. Ich bin so low. Ich kann... Alter, ich bin instant tot einfach. Motherfucker. Cool. Die haben so viele Level mehr. Jajajaja. Das ist schon lange vorbei. Das Spiel ist echt lange vorbei. Äh, was hast du zappt aus? Naja, die holen jetzt. Die holen uns jetzt, die Schweine. Oder holen wir sie? Jetzt, wenn's durch, dann... Miii... Runter, 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 runter. Der oben hat keine Punkte mehr. Oh shit. Die er danken kann. Glura kommt dann wieder. Hilfe! Ja, Glura kommt dann. Nice! Wir sind dann Glura dran. Pikachu kommt auch. Links. Pikachu. Pikachu unten. Pikachu. Pikachu. Da zur Seite, ja. Am Punkt, am Punkt, am Punkt. Bitte, ah ne, sorry. Haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch. Kriegen wir noch, tun wir noch. Nice, man. Oh man. Danke. Alle runter zum Punkt. Oder so, hoffe ich, denke ich. Da ist schwer. Geht gedoben, geht oben. Naja, jetzt... Teamfight maybe? Nope, nope, nope. Fluxer, das ist nicht unser Fight. Die haben Gangguns zu dritt. Yep. Oh, aber jetzt sind wir... Jetzt, jetzt, jetzt werden wir doch... Rein-Yu-Lunen. Ich wollte sagen, rein-Yu-Lunen. Ich so... Oh, ich hab doch gedacht. Let's go! Hab ich doch nicht, ich hab nicht mehr gezählt. Ich wollte noch einen Kill holen. Aber wir haben mich so hart verloren, wie ich dachte. Die 80 Punkte gerade eben, die habe ich reingesneakt oben rechts. Ja, leider nutzlos, ne? Ist jetzt die Frage, ob uns das mehr geschadet hat, als es uns gebracht hat? Oder nicht? Das ist ne gute Frage, die kann ich nie beantworten. It's something. Ich auch nicht. Ist okay. So sieht unser Los nicht ganz so schlecht aus. Das stimmt, das stimmt. Wir haben das so ganz so hart verkackt. Naja, das ist leider auf dem Stream zu sehen gewesen, wie hart alle gefeatet haben. Es war unten auch so unplayable. Voll gesagt, schschsch. Ich wusste auch, dass der Arzus... Ey, gegen Lucario und Pikachu. Mit einem Typen, der einfach reinrennt und stirbt. Ja, das ist... Von der ersten Sekunde an. Ja. Es macht keinen Spaß. Jetzt macht uns Pokémon salzig. Ja. Ne, es ist nicht Pokémon. Es ist der Team, der mit den Leuten... Es ist einfach... Es ist einfach, dass der gar keinen Plan hat. Es ist ja nicht schlimm. Nach dem dritten Mal noch nicht gelernt hat, dass... Genau, das ist einfach nicht. Wir waren oben richtig gut. Also am Anfang haben wir die fertig gemacht. Das lief, ja. Sorry, ich war nicht fertig. Und dann kam der Gefiedete von unten und die ganze Zeit nach oben. Und dann war vorbei. Aber ja, so ist es. Das haben wir schon rausgefunden. Eins, zwei Level und das ist sehr haarig. Sehr, sehr haarig. Unser Teammitglied macht nicht ready. Na, besser so, als wenn er jetzt ready macht und dann fehlt. Ja. Was ich auch schon hatte. Sehr unschön, wenn du 4 gegen 5 spielst. Warte ich auch schon. Es ist einfach, ähm... Ne. Einfach, einfach, nein. Wenn ein Spieler afk ist, kann irgendein anderer Spieler den kontrollieren. Also mit Folge mir oder bleib in der Base. Ja, ja, aber auch nur, wenn er dann wirklich disconnected wird. Weil wenn er dann so noch ins Spiel geladen hat, dann wird er nicht sofort gekantet. Ja. Äh, das hatte ich das eine Mal. Das ist quasi... Durchging, hier hat er noch gepickt und dann im Spiel hat er gefehlt, sodass auch quasi keiner das war. Ich bin dafür, dass wir einfach mal einen Scheiß drauf geben, was die, was die rechte Info da sagt. Ich auch. Joa. Äh... Wenn ein Gänger ist so OP gerade... Aber Dracuji Jungle. Ja, hab ich ja schon gesagt. Ja, Gänger ist okay. Gänger ist gerade so OP, der, der, das ist scheißegal, ob die anderen Defender haben oder nicht. Äh, ne, Defender kannst du, also da, da, da musst du dann schon gefeedet sein. Da musst du schon gefeedet sein. Ja, dann lass dich mal füttern. Ja, ich, 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 ich hoffe, ich lass dich, ich kann mich füttern lassen. Ja, ja. Erstmal schnabulieren. Ich geh top lane. So. Und hoffe mal, dass jetzt irgendwie das hier... Dass sich das Team zurechtfindet. Also, der Random. Das Team. Ähm, ja. Okay, der hat jetzt auf. Aber wird doch. Oh, Cinderace. Oh, goddammit. Die haben auch die Elektro-Katze. Oh, Ninetales. Die ist auch so unglaublich anstrengend. Ja. Weil der frag ich mich ja auch... Die lässt sich aber ganz nett spielen. Ja. Aber das ist auch... Das ist auch nur ein billiger Furry-Verschnitt. Der hat, der hat eine Menge Stunts, gefühlt. Eigentlich. Und auch viele, äh, I-Frames. So kommst du zumindest vor, mit dem Rumgespringen und so. Ninetales sollte nicht so ein Problem sein. Wir haben drei... Ne, sogar vier von euch. Ihr könnt eigentlich alle auf Ninetales gehen. Wenn einer von euch drauf ist, ist es tot. Und ihr könnt's auf... Ja, ja, genau. Und einfach auf Jumpen und scale. Alle von euch können das machen. Die haben keinen Defender, der das irgendwie... Also, die haben einen Support in here. Ja, aber das jetzt nicht. Das reicht nicht. Ja, das reicht nicht. Ja, während ihr zu viert auf Ninetales dive, werde ich einfach gekillt von deren drei Carries. Ja. Das ist der Plan. Okay, ich renne runter. Ich geh hoch mit Fluxer. Fluxer fiedert mich und dann ist... Und dann ist Spiel vorbei. Das ist jetzt hier der Plan. Hast du XP-Share dabei? Ja, ne? Ne, ich hab das Item noch nicht. Ich hab ja nicht gespielt seit dem letzten... Ach, okay. Ja, entschuldige. Du hast recht. My bad. Gibt XP-Share? Ja, das ist ein Item. Wenn du der mit der wenigsten XP im Team bist, kriegst du extra XP. Oh nein. Du kannst mit Support halten. Also, oder nicht extra halten, sondern passiv halt. Ja. Hört sich aber nice an. Vor allem für so einen Supporter, der sowieso nicht alleine Camps machen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass der halt so viele Stunts irgendwie... Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Das ist sexy. Ja, ja, da war vorbei gerade einfach. Also. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh, hier unten. Kann ich den hunten? Ne, ich bin nicht schnell genug. Mann, wie kann der denn so viel springen? Warum? Ah, wir haben schon wieder einen Weinrent. Komm, komm, komm. Draco, hole den Deal. Na, vielleicht auch nicht. Ne, wir hatten zu viel. Hinter uns. Hinter uns. Unter uns. Oh mein Gott. Gott. Das war einfach nur dumm. Oh nee. Ich hab uns... Perma Stunts, ey. Diese... Lucarius ganze Mini-Stunts sind das Brutale. Und das gleiche mit... Ninetales. Das ist so brutal, Mann. Ja. Vielleicht... Warte mal, warte mal. Juin, hast du... Hast du einen guten Rat für uns, wie wir das hier gewinnen können? Ähm... Wir müssen mehr gewinnen. Sehr gut. Genau, das wollte ich hören. Ihr habt's gehört. Let's fucking go. So, ich komme... Kann ja nichts sein hier. Ja. Okay, on point müssen wir den nicht fighten so richtig. Können den so ein bisschen aus in der Race. Deren Jungler. No, never mind. Vier Leute. Nicht nur deren Jungler. Jawohl, der ist betont. Fünf Leute. Ja, I'm going. Sind die gerade... Sind die gerade... Okay, dann können wir hier unten... Ähm... Run for my donkens. Run, Fluxa, run! No, 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 no. Okay, ich hab... Goddamit. So, jetzt können. Nee, ähm... Okay, ja gut. Nee, du hast Mobility. Okay, ich komme mal nach oben. Deswegen mache ich das denn. Ja, du bist so... Ja. Ich kann über eine Mauer jumpen? Well, that's news to me. Mit den Abilities kannst du übermauern. Nee, ich hab... Ich hab einfach Auto-Attack gemacht und er ist durch die Wand. War ich ein Geist? Ha. Weird. Aber cool. Wenn du A gedrückt hättest, siehst du um dich so einen kleinen Kreis. Ja. Okay, das war nicht so schlau von mir. So, jetzt wird schon wieder hart gefeatet, ja? Ja. Alter, das ist für eine Rastung. Wir sind 4 zu 5 die ganze Zeit. Ja, aber nee, sind wir nicht. Wir sind 1 gegen 5, 2 gegen 5, 1 gegen 5 und dann wieder 1 gegen 5. Ja. Weil immer irgendwie doch reingegangen wird. Na dumm, ja. Und jetzt wart ihr zu Drift gegen 2 und habt nicht mal die Attack, als sie gepumptet haben. 2 da waren aber gefühlt mehr. Ja, es waren genau noch 2. Ja, aber trotzdem. Wir haben Rotom gemacht, die waren halt nicht da, ja. Achso. Okay, dann... Dinge tun, Dinge tun, Dinge tun, Dinge töten. Rotom machen und nicht fielen. Jesus, der Random. Vorsicht, Vorsicht, zurück. Ja, ich weiß. Können wir bitte bei Rotom defen? Ja. Ähm... Ja, nicht einfach... Ja. Das ist ein Weg, den hättest du gehen können vor 10, 15 Sekunden. Naja, das stimmt. So, einer ist tot. Wir müssen Rotom killen. Ja. Und zwar schnell. Rotom ist dead. Okay, meine Level-Ups für Hex. Ich brauche XP, goddammit. Okay. Okay, bot lane. Okay, wir gehen nach unten gerade. Ich score mal oben. Ich komme mit runter, ich komme mit runter. Ich habe sowieso nur 60, ich brauche nichts brauchen. Achtung, hinter dir ist QK. Alles cool. Alles cool. Ah, der steht da oben. Jupp. Weg. Oh boy. So, jetzt Hex. Nein, wieso? Nur runter. Nur runter. Ja, die sind alle jetzt unten. Hilf doch. Ich habe noch versucht, Ninetales, Ninetales low. Okay, immerhin. Au. Jetzt habe ich Hex, wenn ich jetzt... Obwohl, ne, 5 Minuten. Na doch. Shit. Könnte noch drin sein, könnte noch drin sein. Komm, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich habe den neuförtlichen Knopf, ey. Komm, 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 komm. Wow. Das war Ninetales ult und Lucario ult. Ja. Ich habe meine ult nicht mal. Nee. God freaking damn it. Wie, du hast die ult nicht? What, der Herr? Nee, habe ich nicht. Wow. Dann spielst du auch nicht besonders gut gerade der ult. Nee. Ich habe sie sogar. Ich wurde... Ich habe es. Krieg schwer, sag ich will. Ich habe es jedes Mal rausgenommen. Hast du, welches Level hast du? Ich 8 nur. Holy shit. Ich bin noch nicht mal close zu 9 gewesen. Ich bin schon fast 10. Ja, jetzt bin ich. Ja, ich müsste farmen, aber es ist jedes Mal Action. Ich glaube, du kannst Gengar auch nicht gut in Lanes spielen, weil du zu krass auf den Sack kriegst early. Dafür, deshalb junglet man ja. Junglet man Gengar? Okay. Ja, das... Alter, also ganz ehrlich. Gestern, vorgestern habe ich dir das gesagt und du warst so, Ja, ich weiß. Gengar? Jungle? Okay. Ja, dann war ich woanders. Ich habe gesagt, Gengar ist juggelt man ja auch. Und du so, ja, ich weiß. Dann habe ich dich zugehört. Nice. Nee, ich habe die bisher immer nur auf irgendwelchen Lanes gespielt. Und auf 4 gegen 4. Und auf 4 gegen 4, ja. Ich habe die alles sehr lau gemacht, habe ich gesagt. Ja, Botlane bräuchte Hilfe. Ja, das... Ja, das ist gerade nur so richtig geil. Ja, so langsam, so langsam, so langsam. Ich sehe einfach nichts, wenn ich reinkomme. Okay. Okay. So, gebe ich auch mal ein paar Bälle ab, endlich mal. Okay. Jetzt habe ich die Sludge Bomb Hex Combo. Vielleicht wird es jetzt ja was. Nice. Hey, nope. Sludge Bomb verkackt. Careful. Ult bei 80%. 99. Über uns. Ich habe keine. Ja, nimm mich. Nimm mich. Das ist gut. Habe ich den nicht? Ja, GG. Ich habe die Sludge Bomb geworfen, aber nicht auf... Nicht, 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 also... Ich habe... Bist nicht auf den gegangen, auf den ich Sludge Bomb habe. Genau, genau. Ich habe da einfach nur Hex gedrückt und es ist dann auf ein anderes Target gegangen. Haben wir Lukas? Ich... Bitte, bitte. Ich habe nicht gesehen. Danke für den Follow. Fokus ist bad. Ein Haufen Zahlen? Goddammit. Ich hasse diesen fucking Auto, ey. Ich ziele weg. Lass den kurz los, zieht wieder zu den Gegnern rein, ey. Ich habe das jetzt eingestellt auf den mit dem wenigsten HP. Das ist, glaube ich, so ein bisschen doof gewesen gerade. Weil gerade habe ich dann auch hinter den dahinter gehext. Äh, okay. That's bad. Zapdos, Zapdos, Zapdos. Ja, Zapdos. Komm in die Mitte. Komm, komm, komm. Oh boy. Oh boy. Wait, haben wir jetzt habt ihr's bekommen, ja, ne? Nein, haben wir nicht. Nee. I tried. But it didn't know. I tried so far. Äh, das hat nicht funktioniert. Wait, please, help. Deathfluxer, Deathfluxer. What a goal! Ganz, ganz lustig, wenn man... Hm. Oh, oh. Und wenn man, ähm, dann trotzdem noch scoret, obwohl die anderen den gemacht haben, da kriegt man auch doppelt. Oh boy. Alter. Alter. Räumen wir mal erstmal auf. Ah, easy game, man. Ah, das ist hachig. Ja, easy game. Ja, sure. Okay. Gängernichtsrunde, Jungle. Ja, dann kannst du farmen und wenn die Gangs sind, gut mit Slash Bomb reinhexen. Ja, das stimmt. Aber wir sind nicht so hart verloren. Ich dachte. Ja, wenn ich wieder ein paar Mal rumgesneakt habe. Ja, ja. Ich weiß noch, äh... Ich hab rund 50 gedacht, fängst es ein bisschen ab. Ich weiß noch, Frau, gestern so ein paar Matches, Team, äh, 500 zu 10. Ja, ja. 3-3, so hart. Läuft nicht. Aber ich hab den Flash. Nice. Okay, zurück zur Lobby. Diesmal hab ich dran gedacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich geh mal kurz in die Optionen. Settings. Ähm... Button Settings, Controls. Also ich hab Aim Assist komplett ausgemacht und seitdem sterbe ich nicht mehr deswegen. Closest. Das ist schön für dich. Closest remaining HP. Das freut mich. Kann ich logon- Jetzt sterbe ich nur noch, weil ich mich doof anstelle. Aber damit kann ich leben. Aber um ehrlich zu sein, wenn du wegen Aim Assist stirbst, dann stirbst du auch, weil du dich doof anstellst. Nee, weil der Aim Assist ein Snap ist. Ja, aber du kannst den ja canceln. Du kannst ja woanders den Kasten. Auch wenn der Aim Assist an ist. Und deswegen... Ich find's aber trotzdem nicht so schlimm. Hast du dich doof angestellt. Weil der jetzt nämlich... Ja... Anders doof. So, ich guck mal jetzt gerade, dass wir hier Aim Assist... Ja, aber doof. Assist off. Fuck that shit. Das nervt nur. Okay. Ähm... Kurz mal Loot snaggen. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, ich snag auch ganz viel Loot gerade. Das gibt mir noch ein paar Items. Ich hab mal ein paar Items geupgradet. Das ist auch wichtig. Ich werde ein paar Items kaufen gleich. Claim. Ja, gib mir mal hier. Vielleicht gibt's irgendwas an Stuff. Ah, es gibt dieses Upcrapment. Net, net, net. Okay, Events. Daily Missions. Auch alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Win two battles. Too bad. Ich muss nicht noch gewinnen. So, die Welcome Gifts. Das hab ich auch mal zugegeben. Dann hab ich wieder ein bisschen was an Münzen, aber es ist nicht genug. Nicht genug. Wo krieg ich denn Items überhaupt? Äh, im Shop. Bei welches? Äh, ganz in der Mitte, glaub ich. Beim Emporium. Ja. Ja, die hat die Items. Ach, da unten. Selling all die Items. Ach, die kosten. Ja, die kosten. Oh. Oh ja. Was gibt's denn da alles? Ich benutze jetzt meine scheiß Tickets für ein paar Items, wegen... Gold für Charakter. Äh, wenn es mit der Plutarch heißt... Oh, jetzt. Okay, ich muss... Ah, warte mal. Während ihr das macht. Während ihr das macht. Bin ich schon wieder in der Lobby, weil ich... Weil ich natürlich missklicke. Oh Gott, die Menüführung. Hier ist aber auch... Findet die noch jemand so wie? Die Special. Hier ist Special. Ist ja Special, ja. Special trifft es sehr, sehr gut. Ja, die braunen... Ich hab mir XP-Share und Buddy-Barrier geholt. Für meinen Support. Für den Support-Boot, find ich gut. Das gefällt mir nicht. Ulte kriegt dir direkt ein Schild und dann kann ich, wenn ich runterkomme, knock ich Gegner weg und heal nochmal. Das ist nice. Oh, das Fokus-Band ist nice. So. Wer so sagt... Also ich wäre bereit. Wie sieht's bei euch aus? Ich hab's so gesagt, deshalb bin ich noch nicht ganz bereit. Ja, stimmt. Wer so sagt, ist noch nicht bereit. Wer so sagt, ist noch nicht bereit. Wer ist Rost the Fake? Kennt man den? Nee. Ja, aber ich hatte auch eine Anfrage von Dani bekommen. Ich denk mir so, ja. Ja, ich hab auch eine Anfrage. Guter Pudding. Aber, nee. Jupp. Na ja. Fluxa acceptet mein... Ihr seid Level 10, ey. Und was bin ich? 8. Okay, das geht ja noch. Äh, okay. Ich bin ready. Du bist ready? Ich. Au. Du auch? So, dat, Oks? Yes. Yes, yes, yes. Wow, instant game. Ja, so muss das sein. Wir müssen nochmal ranked spielen. Ja, zu viel ranked ist aber schwierig, du. Ist nicht möglich, ja. Das ist not how this is looking. Ich bin fast Level 9, hey. So. So, Draco, dann werde ich jetzt aber mal in den Jungle gehen. Oh, wow. Ich hoffe, nicht so fett sein, dass das dann alles eine ganz entspannte Nummer wird. Ich habe den Flash noch nicht abgeholt. Na gut. Gar genau. Ich versuche mal das Fluffy Tail. Ich versuche es einfach mal. Gucken, wie das so wird. Ähm. Ja. Ich habe ein Item, was, äh, HP regeneriert, wenn man Fähigkeiten trifft. Ja. Ja, das ist nicht schlecht. Ähm. Als, mal ein paar Charakter ist es gut, glaube ich. Die Shell Bell, ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es auf Nine Tails so gut ist. Na, ich glaube, es steht drin, dass es nur bei Special Attacks ist. Das ist wahrscheinlich... Nein, bei Abilities. Bei Abilities hat nichts damit zu tun, aber... Ich dachte, dass du als Special Attacks... Aber vielleicht... Es ist für alles, alles, was du machst. Aber... Ich, ich glaube, dass es auf Nine Tails nicht so gut ist. Zumindest nicht, wenn du... Auf irgendeinem Level spielst, wo die Leute irgendwann verstanden haben, wie das Spiel funktioniert. Weil du so... Squishy bist. Dass du halt entweder Leute geburstest oder selbst geburstet wirst. Ja. There is no middle ground. Aber so auf, auf, auf Charakteren, die... Äh, raus können, die Mobility haben und sowas. Zum Beispiel wie... Äh, Greninja? Kann ich mir das gut vorstellen. Jesus Christ, man. Oh boy. Deswegen, dass das auch... Standardangriff hat einfach mal einen Knock-Up. Das ist zur Hölle. Ja, genau. Mario, der... Der dritte Hit ist es, glaube ich. Ja. Ey, das ist ja lächerlich. Okay, ich meine, es ist nicht so lächerlich. Weil mein Standard-Hit von meinem Support, der dritte Slot, aber... Okay, die sind oben schon kommen. Ja, ich bin unten am Jungle. Early Game gank unten. Early Game gank unten. Komme, 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 komme. Ja, so einfach. Coming. Oh, I leaked him. Didn't I? Achso, der ist wahrscheinlich... Ja, jetzt haben wir den. Ja, ja, den kriegen wir. Nice one. Okay, ich gehe wieder. Ich bin wieder weg. Okay, dann haben wir Reloxung. Ich rotiere nach oben. Die sind gerade auch am Punkt. Ah, wie sieht's aus, wie sieht's aus? Und? Ja, das ist so ein Move, über den ich mich beschwere von den Randoms. Ich hab nicht daran gedacht, dass da die Bären sind. Ja, aber da ist die Slowzone, du kommst da eh nicht ran. Ja, Slowzone. Nee, ich wollte nicht an ihn ran, ich wollte punkten. Und dann ist er halt sofort... Du bist durch den Punkt durchgelaufen, aus dem Punkt raus hinten. Also, sorry, aber... Goddammit. Der geht nicht top, ich komme top. Der Random ist jetzt im Dschungel unterwegs. Screw you, man. Ich bin noch nicht... Oh, von hinten. Ich hab noch nicht meinen Hex, man. Go, 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 go. Bin ich gern da, aber ich bin... Nein, okay, raus, 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 raus. Nee, 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 nee. So, okay. Oder? Kommt der ran? Der kommt einfach, lol. Kili, 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 kili. Weiter, 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 weiter. Go, 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 go. Okay, reicht's, 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 reicht's. Würde Apollo ist so close. Ich geh weg. Ja, der Random... Okay, der dachte, ist ja gut. Na, der hat, der hat keinen Bock mehr auf die Lane, der shoot jetzt halt im Jungle, I guess. Okay, ich geh raus. Nee, jetzt ist er wieder top. Ja. Ah, wird schon. Äh, bottom, wie sieht's aus? Äh, halten uns. Wir gewinnen. Okay, ich habe jetzt Hexen, ich könnte... No, ah, shit. Ich finde es nochmal reingedasht, aber das war einmal zu viel. Ich wollte rausdashen. Nee, ist okay. Komm, wir machen. Äh, Auto-Targeting und so? Was? Nee, in dem Fall habe ich mich drüber angestellt. Mitte, Mitte. Ja. Mir ist on my way. Okay. We scared him! Okay, ich gehe wieder in den Jungle und komme dann top. Wie sieht's top aus, Drago? Okay, gar nicht gut. Ich habe gerade einen Kill gemacht. Okay, doch, sehr gut. Ich komme direkt top. Nee, die Top-Kill könnten wir unten Dreadnought machen. Okay, ich glaube nicht, dass wir das so schaffen, aber... Let's go. Die wollen pumpen bei uns. Ist egal, wenn wir Dreadnought kriegen. Ja. Falls wir es kriegen. Lass mal roten, 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 roten. Wir können es nicht machen. Jetzt werden wir hier gefilgt. Nice, der Fluffytail geht auf die Buff-Viecher. Ja, natürlich. Der geht wahrscheinlich auf alle großen Viecher. Zapdos einfach mal nehmen. Oh Gott. Ich bin raus. Ah, shit. Drago, ich bin... Nice one. Ich muss kurz regenerieren. Ich habe dann Punkte zum Abgeben, die danke ich oben. Das war doch besser als erwartet. Ah, shit, die danke ich nicht oben. Der Motor, glaube ich, hat mal gekillt, kann das sein. Vorsicht. Au. Son of a... Kann ich... What the fuck, der Damage? Kill ya. Oh boy. Okay, ich bin raus. Ja, komm, mach das viel mit mir. Ich bin raus. Ich bin so weit raus. Wieder da. Okay, der rennt gerade weg. Ich bin mal so dreist und score. Oh shit, das war nicht schlau. Ich muss auch mal irgendwo scoren langsam. Ich auch, aber ich kann nicht, weil die ganze Zeit hier top. Naja, ich komm mal wieder top. Ja, der lässt dich auch alleine grundlos. Der Spukball von Apollo ist lächerlich. Ich war außerhalb der Range und dann die letzten... My bad, my bad, my bad. Ich wusste nicht, dass die da stehen. Lucario, Lucario. Ich mitbekommen, dass sie da sind. Wir müssen eigentlich immer noch Snap to Target. Ich dachte, hier sind die... Sehr schwierige Geburts. Hast du sie, Drac? Lebstiger, score on. Nice one. Oh, da kommt jemand reinge an. Finde ich gut. So, wir können mal danken. Wir können mal da... Oh, nicht so weit. Ja, das war jetzt klar. Ja, und der... Der slowt mich und der holt mich einfach. Ich weiß nicht, was das ist. Ich komme einfach nicht mehr weg. Ich gehe raus. Ja, ich komme mal... Ich bin den ganzen Tag der Leiden Topf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was macht der? Äh, gar nichts. Ist halt geholtert. Aber rennt er denn rein? Warum? Ja gut, farm, farm, farm. Rotom ist wieder da. Ja, in 5. So, jetzt bin ich Gengar. Now I can do something, I guess. Komm, wir formen. Komm, wir holen Rotom, 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 Rotom. Ja, was? Wir kriegen ja... Hinten, head and background. Back door, back door, back door, back door, back door, back door, back door. Ja, ich bin noch nix. Es ist immer noch Snap. Fuckin' Target, why don't... Äh, Dings. Oh, okay. Wo ist der denn jetzt hin? Na, hier hoch. Ach, da. Oh, meine. Der hat seine Ult gemacht. Ja, und die Invis Frames. Holy shit, der hat gerade so einen krassen Mut gemacht. Der hat mich fast gekillt. Ah, okay, ich komme nicht hinterher. Schade. Nächster Ult war, konnte ich nicht. Ich habe Ability gemacht, aber er war am Springen. Und der ist einige Lippen über mir. Der Venom ist halt nie da. Ja, ich weiß auch nicht, wo er ist. Er war hier unten und hat bloß den Loid-Spiel rumgefeiert. Meinst du, wir kriegen den Dings? Wir sind top, der... Nee, den kriegen wir zu zweit. Nee, wenn die Gegner nicht komplett reinhänden. Vorsicht, 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 Racko. Man, der ist so low und kann immer noch Dinge tun, die unschönen sind für uns. Kann man noch rumgehen? Ja, okay. Ja, Gänger kommt von hinten. Ja. Hallo. Yes, please. Ich bin tot. Nee, 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 sterben alle. Shit. Das ist gel... Naja, nee, das ist das. Das ist ja nicht gelaufen. Aua. Nur, nur vorlesen uns die Ober, oder wie das heißt, müssen wir vorsichtig, müssen wir sonst acht nehmen. So, wieso ist es jetzt? Oh, Witter. Der Schild hab ich grad gerettet. Nope. Wir ganz schön. Stun, 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 end up, nade. Ah, das war bitter. Das war richtig bitter. Der Schild hab ich grad gerettet, ey. Hab ich was da? Naja. Gut Support, gut Support. Gut Heels, gut Stuff. Okay, Septors, Mitte. Ich hab keine Old mehr. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall contesten. Die wollen, die wollen in der Mitte. Die wollen in der Mitte. Die wollen in der Mitte unschöne Dinge tun. Sie töten unser... Ja. Ja, sowas kannst du natürlichen, ja. Aber hey, er ist low. Vorsicht, gerade wo... Äh, die sind da alle im Busch. Ich bin da, ich bin low. Ich bin low, ich bin so low. Ja, komm her. Oh, ab. Bleib hier. Ja, ich bleib bei dir. Nice one. Wie auch der random einfach nur die Lane fahren. Oh, hinter uns. Fluffy take, geht auf Zapdos. Oh, aber es ist nur mehr Schaden. Es ist nicht, dass wir nichts mehr machen. Zapdos, Zapdos, Zapdos. Über uns, Gardero, Vorsicht. Okay, nice. Ah, Hilfe. Äh, helfen, helfen, Draco helfen. Nee, wir müssen scornen, wir können ihm nicht helfen. Wenn er reinfeedet, dann ist das sein Problem. Du hast 32. KALLE RANCH! Okay. Ist doch so, warum drehst du dich um? Ich fahrs da! Einfach rein, einfach rein, einfach rein. Yes, nice. Tja, ein Problem hat euch für dich, aber nicht für uns. Ich geh top lane. Ja. Naja, stimmt, scornen wäre sinnvoller gewesen. Okay, wir sterben wahrscheinlich jetzt. Ja, wir würden mit uns scornen können. Wie viel hast du? 50, joho. Sicher. Oh, kommst du noch raus? Komm ich da noch raus? Ja, war dumm. Hast du recht, nee. Jetzt haben wir 50, 100 Punkte haben wir weniger jetzt dadurch. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das denn das ausmacht. Ich hätte Draco sterben lassen sollen, ja. Vor allem als Gänger. Was? Sterben lassen? Ja, aber ich meine... Du hast es geworfen. Das wäre der Wing, ja. Du hast es geworfen. Ohne Grund. Ich hätte mich umdrehen sollen, ja. Ja. Ja, wir haben... Also... Ja. Ist einfach so. Ja, ist auch so. Ja. Ja. Aber es war dumm, ja. Es war zu wenig Zeit. Hm. Na, Subdoss ist ja sowieso immer so kurz vor Ende. Das heißt also, dann die Punkte, die man kriegt, immer raufhauen. Ist der am Ende? Vor allem weil... Der war davor in dem Match. Ja. Der ist davor gespawnt und es war noch 5 Minuten noch ein Timer. War das, weil die uns so hart gepusht haben und so viele Tore gefallen sind? Das kann sein. Immer bei... 5. Aber wir kriegen den meistens erst zu spät. Oder? Ach so, ja. Okay. Du kannst ihn einfach danken. Du musst nicht aufladen, wenn so ein Zappdoss aufladen ist. Und du kriegst doppelt. Das stimmt. Du machst... Du musst nur in den Kreis kommen und machst, wenn du nicht gestunt wirst. Instant. Äh, Dings. Letzte Runde haben wir auch den Zappdoss bekommen, aber die Gegner haben es nicht gewusst und sind deswegen durchgeintet und haben nicht instant danken können und dafür sind sie gestorben. Ja. Das stimmt. Das war lustig. Das... Das war wirklich lustig. Ich hab das Pikachu gesehen und er hat einfach da gestanden und mich ihn attacken lassen. Ja. Ja. War nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Jetzt werden wir noch zusammen mit spielen. Ne, kannst du doch machen, wenn du willst. Wir haben das gar nicht so schlecht mit... Ach so, Lucario ist jetzt schon... Willst du noch mal? Ich kann noch was anderes machen. Ne, mach ruhig, mach ruhig. Ich nehm mir dann wieder Talonflame. Ah ja. Kannst du mit dem diesmal tatsächlich durchrennen und junglen, obwohl hier jetzt spielt der zweite Jungle? Ne, äh... Nein. Okay. Ich find ja den... Den... Den Skin von Talonflame so nice. Den, den... Aber... Ja, Mann. Der ist cool. Aber den musst du halt zahlen. Ja, oder du kriegst den gedroppt, wenn du sehr viel Glück hast. Ich hab heut den, äh... Ja, äh... Also nie. Dieser Floor gekriegt. Ja, aber das ist ja mal ein Bonus, oder? Ja, aber trotzdem. Trostenlos. Ja, ja, ja. Das stimmt. Das ist gut. Aber, äh... Wegen Dropchance. Also den anderen Skin kannst du doch kriegen. Weil du... Und ich muss sagen, dass, äh... Fluffy Tail... Praktisch. Ja. Ich weiß nicht, wie viel mehr Sinn das macht als das Attack-Up, was Damage angeht, aber dass das Rotom und auch die Waff-Monster... Ach, das ist ne gute Frage. Dass die, dass die Waff-Monster erstmal nichts machen, hat mir Early-Game... Hat es einfacher gemacht, finde ich. Bedeutend einfacher. Echt? Ist es... Aber es sollte doch sowieso kein Problem sein, oder? Nee, aber es sind einfach mehr HP, die ruhig bleiben. Ja, wenn das Team dann, nämlich das gegnerische Team dann engaged, dann hast du eine höhere Überlebenschance. Dann hast du, äh... Ich bin quasi mit vollem HP auf eure Lane, oder auf eine andere Lane gekommen, weil ich halt weniger Schaden im Jungle gefressen habe, weil ich halt... Man sollte... Ich finde... Ich bin der Meinung, man sollte, wenn man richtig perft, das auch so schaffen. Weil du kannst die... Den ganzen... Charge-Moves von den... Von den... Buffs... Komplett dodgen. Ja. Und du kannst die, wenn du... Ähm... Also auf jeden Fall, wenn du ranged bist, ich... Ähm... Mit... Mit manchen anderen Charakteren glaube ich auch, kannst du die über die Wand machen, von hinten. Uh... Okay, ja, das... Das weiß ich nicht. Also, äh... Den Charge-Attacks ausweichen, ja. Das ist klar, äh... Für sie machen. Aber ansonsten, über die Wand... Hier müsste ich jetzt nicht mit Nebulak... Da bin ich über eine Wand gesprungen, weil ein Gegner auf der anderen Seite war. Das... Das war aber unattended. Achso, du gehst noch um? Ja, nach Contestant. Nebulak, Nebulak, ja. Ne, jetzt nicht mehr, er ist schon weg. Okay. Wir sind zu dritt hier. Okay, ich... Halt mich mal ein bisschen hier zurück. Äh, ich brauch dich hier! Komm, Bart. Komm, Bart. Nice one, wir haben einen Play-Good-Shop. Oh, nein! Raus, 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 raus. Ja, wir haben ihn stehlen lassen, 2v1. Raus! 4 Sekunden bis hier erst. Jeez, von Christa. Ja, aber wir haben ihn natürlich... Eine Bäre, Napoleon! Ja, du... Vorsicht! Ja, ich muss raus, sonst steppe ich... Ich höre mich mal kurz mit Bären. Ja. Mitte, Mitte, Mitte! Oh, sie... Sarko, du musst hier mitfahren. Jhin, hier, Mitte, was ist los mit dir? Ja, hier sind... Alter, hier sind... Ja, hier sind... Hier sind... Hier sind vier Minions zu farmen und du rennst ja mal weg. Ja, ich mach vor. Kein Gegner da. Oh, das... War so nicht zu fahren. Ich hab an den... Ich hab an den anderen Skill gedacht. Warum ist der? Ich dachte nicht dann, dass ich jetzt rein das schon... Okay, was ist das? Shit! Ich weiß nicht warum, aber ich war der Meinung, dass ich grad Lucario habe und die Backpusher mit dem Skill und dann jump ich erst mal. Ja, das ist natürlich... Wups! Ja, wenn ich hier das meine... G3, ne? Oh mein Gott! Ich bin low. Ich bin so low. Aber auch keine Minions hier, ne? Oh, hier. Kommst du... Oder... Hier, deine Beere. Ich bin so nett. Okay, die kommen auf uns zu. Holy shit. Komm... Komm hoch! Hey, ich bin... Äh... Ich wollt grad den... Hast du mich'n Dash? Ja, den wollt ich grad machen. Aber... Äh... Aktivierungszeit war ein bisschen zu lang. Die haben mich gekriegt, als ich grad jumpen wollte. Mhm. Okay. Ich hab sogar zwei Dashs. Das ist hier echt nicht einfach mit. Heil dich doch mal bitte! Dann hättest du da echt raus, Kamer. Du nur das One-Shot. Das heilt sich nicht. Bitte heil dich! Nee. Nee, lieber... Lieber sterben. Okay. I get it! I don't get it. I don't get it. Sehr gut. Die machen Rotom. Ich geh' erstmal den Punkt um. Oh, das ist bad. Das ist bad. I need to retreat. Ist Hununa eigentlich noch bei mir, oder? Nope. Das ist bad gegangen. Wie läuft's für euch, Leute? Wie läuft's für euch da unten? Nee... Es läuft eigentlich ganz gut. Wir brauchen irgendwann mal das ganze Team hier, um Dreadnought zu machen. Wir müssen ja nicht scoren. Wir haben ja nicht mal... Ich hab Rotom gesteert. Nice. Das ist wirklich... Das ist... Das ist... Das gefällt mir. Oh, Rotom. Go, 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 go. Hehehehe. Oh, dankeschön. Das war genau rechtzeitig. Ich mach' mal Krabi hier. Sehr juicy. Äh, ne, nicht Krabi. Äh... Krabi-Fuck. Whatever. Äh, Kripsgors. Krabi-Fuck. Krabi-Fuck. Ja, den... Äh... Egal, den Hummer. So. I wanna kill the lobster. Mitte? Ich komm' botlane. Ich komm' botlane. Ich komm' botlane. What? Das... Das war dumm von ihm. Minions, minions, minions. Nice. Double kill. Nice. Hehehehe. Komm' runter. Kommt alle runter. Alle runter. Wir machen das Dreadnought. Bin ich dabei. Erstmal... Ich score erstmal kurz. Bevor ich die Punkte verlieren. Ich hab' nämlich 30. Und mehr krieg' ich erstmal nicht. Oh, nice. Easy. Let's go. Dreadnought gibt XP ohne Ende. Und Schild. Und Schild. Toplane. Portlane. Jetzt können wir eigentlich... Oh! Fight! Hier Fight gewinnen. Dann alles. Toplane. 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 Toplane nicht fallen lassen. Ja, ja. Läuft, 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 läuft. Nebula. Äh, Apollo. Yes. Und... Oh, not bad. Not bad. Ja, aber es bringt ihm nichts. Nee, natürlich nicht. Aber... Also... Counter-Jungle. Counter-Jungle. Ja. Lamos, Lamos. Slowbro. Oh, die sind, die sind, die sind. Ich hab' ich ulti gleich. Du ulti? Okay. Ich kann nicht. Ich war die ganze Zeit voll CC'd. Too bad. Ich hab' Apollo... Rausgut. Too bad. Too bad. Das war, das war... Okay. Ja, das war doof. Ah, shit. Hätte ich den Fly richtig gesetzt, dann wär' der auch tot. Ärgerlich. Da wollte ich zu viel. Ja, naja. Das war nicht gut. Äh, top Rotom. Top Rotom. Top Rotom. Ja, top Rotom, top Rotom. Eigentlich noch eine Nachricht. Ja, da haben wir gerade eben richtig Punkte gemacht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das... Wie viele Bälle habt ihr? 28? Na da. 7. Na dann. Sind wir einfach reingesprungen, um zu sterben? Ja. Ja, so sieht das bei vielen aus. Oh no. Come on. Äh, meine Ult wurde... Ich muss mal weg. Ich bin auch raus. Okay, meine Ult ist leer. Aber ich habe sie nicht gemacht. Ich backbote. Aber ich kann nicht unterbrochen werden, weil ich ein Stoppable in der Ult war. Was zur Hölle war das denn jetzt? Ja, bevor du sie machst, nicht. Ja. Haben die jetzt so... Äh... Vertreter, oder? Ja, natürlich. Ärgerlich. Aber egal. Wenigstens haben die den nicht. Man kann viele Ults unterbrechen. Das habe ich schon mal gehört. Ja, okay. Weil... Gefühlt es ist... Also die Ult fühlt sich instant an und ist halt dann unstoppable. Hinter uns kann Lucario kommen. Deswegen war ich ein bisschen irritiert wenn ich hier bin. Oh, der hat... Okay. Der macht mehr damage als ich gedacht hätte. Okay, schön vorsichtig. No, 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 no. Na komm! Slowbro! Komm, 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 komm. Nice one! Komm, 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 komm. Oh, du bist in die Ult reingerannt. Ja, ich stand noch drin. Ich wollte das Dings abfrühstücken. Das, das, äh, Minion, was da war. Das war dumm von mir. Das war dumm. What? Hä? Hat der das gemacht? Ich war im Flugmodus und der hat mich noch gekriegt? Zapdos? Zwei Minuten. Dafuq? What? Das muss, das muss lecker sein. Der war schon bei 5 und... Hm... Ja, ich geh bot-deffen. Äh, Zapdos Mitte. Zapdos Mitte. Machen wir? Okay, wir warten auf euch. Klar machen. Naja. Coming! Die Gegner wissen, dass wir das machen, ne? Naja. Diesmal nicht verteidigen. Also nicht immerhin helfen. Ich muss mal hier raus... Ach, scheiße. Jetzt ist er nicht perfekt. Haben wir, haben wir, haben wir. Top-Lane. Also, erst, erst natürlich die Kills holen, ist klar. Oh mein Gott! Der Support hat ihn gekillt. Ich geh top. Na, war mein wohl Nuna? Nicht die Zeit aus der Ordnung verlieren. Ja. Ihr habt nicht so lange zum Tabellen. Ja, ne, die waren hier... Haben wir am zu zweit dann... Nicht geholt. Ist das nicht schlimm? Wir haben zwei... Ähm... Weg, da weg, da. Hier sind Gegner hinter dir. Ich konnte sie ablenken. Das war okay. Das war okay. Ah, ne. Bin da nett. Ja, ich weiß. Dead. Ja, ich wurde geslowed. Aber gut gepunktet. 200 habt ihr gebracht nochmal, ne? Ja. Yo. What? Das war nicht die Richtung... Und wieder! Ohne eben ist das reingeschüttet. Aber du hast... Er wollte dich nur retten. Ich will damit abhauen. Ich... 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 Ich finde es... Für mich muss das jetzt ein Running Gag werden. Ich suche jetzt nur noch die Möglichkeit, wie ich das sagen kann, ohne dass es dämlich klingt. Scheiße, ich kann die nicht halten hier. Die sind alle hier. Wir konnten jetzt alle Bot scoren. Ich habe keinen AOE, mit denen ich irgendwas machen kann. Okay, gucken wir mal, was der Score sagt. Okay, 509. Ja. Wir haben am Ende nochmal 132 gemacht. Ja, reicht halt nicht. Naja. Nice. Das war doch mal ein gutes Game, was so halb koordiniert war sogar. Nicht ASBAM. Ja. Was mal funktioniert hat, ja. Ja. Genau. Und wo die Gegner auch kompetent waren, halbwegs. Nein. Ja. Halbwegs. Nein. Auf dem halben Weg zum Kompetent sein. Nein. Minute 8 haben die Gegner kurz... Also... Nach Minute 8 haben die Gegner kurz geführt. Geführt. Da haben wir Zapdos gemacht. Zack nach oben geschossen. Ja, Zapdos kann das hier, ne? Weißt du... Ja. Und bringt Spiele zurück. Ja. Und Matchmaking geht nicht? Nee. Du meinst Ranked? Und Ranked geht nicht? Ja. Nein. Weil wir vier Leute sind. Random Match, ja. Das ist so dumm. Weil wir vier Leute sind. Aber... Apropos vier Leute. Wir kennen hier vor wie vor. Okay. Also ein bisschen Abwechslung. Mhm. Ich bin neppich... Und twistet vieler als von Lee. Ich glaub, dass du Ranked zu viert nicht geht, hängt damit zusammen, dass um ein faires Spiel dann zu schaffen, du eigentlich nur vierer Teams mit einem random gegeneinander matchen kannst. Ja doch auch okay. Und nicht ein vierer Team gegen einen dreier, zweier. Ja doch auch okay. Ja, aber dann wartest du länger als das wert ist. Ja. Für dein Match. Das glaub ich auch, dass das das Schwierige daran ist. Oh, einer. Ich hätte ihm alles braunhaarer. Haarige. So. Äh. Äh. Was machen wir? Haben wir irgendeine Team-Comp? Oder ist das... Wir haben keine Team-Comp. Wir haben keine Team-Comp. Okay. Ja dann... Ich hab' ich auch mal den Elektro-Hamster. Sure, I guess. Ähm. Aber auf jeden Fall noch Knight. So. X-Speed. Na klar, rauskommen immer gut. Äh. Volt-Switch. High-Speed-Dash. Die Damage. So. Okay, Back-Port. Wieso sieht der eigentlich so aus, als ob irgendjemand den... Wie heißt der? Äh. Ja. Äh. Irgendwie Ani... Ani-Misiert hat. Ani-Misiert. Ani-Misiert. Gute Frage. Wo? Was? Sehr gute Frage. Ich hab' kein Wort gestanden. Ich hab' kein Wort gestanden. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Das ist... JAPANIZING BEAM! Genau das... Achso. Wär ja sehr laurer. Ja. Ja, und das ist so, als ob er... Äh... Elektrik... Ne, der ist sonst nicht Furry und nicht Anime genug. Hm. Und dann haben sie den geschaffen. Lass uns aber noch ne Schiffel drauflegen. Endlich nicht so. Also es gibt das Schlimmere, find' ich. Ich mein' ein Lucarius... Ja, aber... Die haben halt schon so'n Pokémon. Ja. Theoretisch. Warum brauchen wir denn ne Elektrik? Elektrik. Und die Weiterentwicklung. True. Yes. Ja, aber... Elektrik ist richtig. Man braucht immer wieder was Neues. Elektek heißt der. Genau, Elektek. Und dann gibt's noch die... Diese Ultra... Die Weiterentwicklung. Genau, Elevoltech. Genau, Elevoltech. Das... Das wär' hier cool. Und Elekit. Als Vorentwicklung. Ja, ich... Ich weiß jetzt, was einen die ganze Zeit Stunt und Nervt bei diesem Kack. Elektro-Phee. Das ist sein Discharge, wo er Leute Stunt, die ihn hauen. Also, ein Schild quasi. Ja. Das ist, das ist... Er will scoren! Ja! Wir killen ihn jetzt dafür. Und dann scoren wir selber bitte mal. Nachdem wir uns den Froschgurt haben. So, der Torx. Ich weiß was. Skalt oder Surf? Äh... Frage? Surf hat mir... Hat den ganzen CC. Ja. Surf sah... Surf sah sehr useful aus, ja. Oh no! I'm gone! I'm not gone! I'm dead! So, I'm kinda gone, but... Uff. Okay. Uff. Ähm... Ist da noch was zu holen in dem Fight, oder ist jetzt nur Retreat? Ist was zu holen. Einen Kill zu snacken und dann ist es 2v2. Und ihr habt's reingeschissen. Hehehe. Okay. Ist der tot der Typ? Ich hab den... Der mit 1 HP, an dem du vorbeigelaufen bist, Jun? Wie ein... Wie ein Blinder? Oder nicht? Du hast den überhaupt nicht attackt? Oh... Nein, du bist in den Busch reingegangen, straight auf den anderen! Der lebt! Der ist lebendig weggekommen, der ist bis zu unser Base und dann nach oben weg. Ah. He gone, he gone. He gone as fuck, bruh! Es okay, es okay, es okay. And now I'm gone. Or am I? Joke's on you! Danke. Hehehe. Joke's on you, you're dead. Discharge. Hey, hey, hey. Schön. Warte, 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 warte. Ich geh selber mal punkten in der Zeit, ganz ehrlich. Ich hab ein paar Punkte. Mach ich auch mal. So, jetzt komm ich. Ich will nur noch abfrühstücken hier, komm. Genau so! Hier, hier, hier! Alex, hier! Ja, okay. Gut, ich... Ich wollte Kario handen. Ja, aber der ist... Der ist... Der ist tot. Der ist tot. Ja. Ich geh top fahren. Ja, das ist diese eklige Ability. Uff. Also, ihr seid in der Mitte. Ich bin top. Dieser Floor von oben. Dieser Floor von oben. Dieser Floor von oben. Ich bin nicht schnell genug. Goddammit! Machen du Seatbomb? ARD Text im Auftrag von oben. Nop! Aua! F*** deine Seatbomb, Mann! F*** deine Seatbomb! Okay. Nice. Okay, gibts hier ein paar Beeren für mich? Ja, keine. Ähm... Hm... Okay, ich hab meine Ruld. Oh Gott, bei mir ist ein Visaflow. Ja, I'm just... I'm gone, bro. I'm sorry, but I'm gone. Können wir unten Elektro-Dings machen? Ja, ja, können wir machen. Nein, ihr Ruld! Sie ist low! Die Bitch ist so low! Ich meine, das ist wohl nur noch zu low. Goddammit! Okay. Sie ist tot. Danke. Alter, Dings ist ja mega geil. Mitte, großes Vieh. Ja, Mitte, großes Vieh. Dieser Floor über die Top-Lane wieder. Acht Punkte geholt. Ja, okay, bei uns... Ja, acht, was ist denn acht Punkte? Ja, ja. Ich habe in die andere Richtung gezielt. Ich hab doch eben... Es ist aus, was, 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 was? Oh, da ist immer noch dieses Snap-to-the-Ne-K. I don't get it. Das Vieh in der Mitte, das Vieh in der Mitte. Alter, ich bin Permastun von ihr. Okay, das hat sich wieder vollgeheilt. Ja, das ist ein Glucario von unten. Ja, das ist ein Glucario, ja. Ach, kommt schon. Ich hatte Cooldowns. Ich war on my way, aber... Ja, 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 nee, das ist alles gut. Oh mein Gott. Es ist einfach so... So close. Trotzdem wir eine Ansage machen, danach so unkoordiniert, weil die Hälfte der Leute die einfach nicht befolgt. Ich geh punkten. Ich geh punkten. Hoffe ich. Ich bin Katz halt nur irgendwie... versuchen dann überleben und... Kills zu machen. Yes! Ich kann punkten. Okay. Oh Gott! Ja, dann bin ich raus. Ja, die will mir best. Komm, Punkte nochmal, Punkte nochmal! Noch mal 10 geholt! Gutes Match, gutes Match. Oh ho ho. Nice. Sehr gut. Das war intense, das war intense, muss man sagen. Ja. Die, 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 die Quick Manches, finde ich, sind auch... Sind auch, ne? Das ist, das ist... Das war intense. Ich fand jetzt nicht, dass es besonders intens war. Diese ganzen... Oh my God, der Backdoor Kill! Und dann macht er 3 Punkte. Oder 8. Und wir machen auf der anderen Seite 43. Aber er hat 8 Punkte gemacht. Ja genau, es ist so richtig irrelevant. Er hätte ja auch mehr dabei haben können. Ja, aber du siehst es doch, wenn er mehr hat. Man kann auch sehen, wie viele Punkte die Leute haben. Und wenn ich nur auf dem Minimap sehe, dass er... Also... Und auf dem Minimap stehen die Punkte dran an den Leuten. Steht das dran an den Leuten? Damn! Ja man, holy shit! Bruder! Hast du dieses Spiel gespielt? Nein! Krass! Die Frage ist nicht, ob er es gespielt hat oder nicht, sondern ob er es gelesen hat. Ob er dabei die Augen offen hatte, ja? Ob ich... Ob ich die 8... Ne... Ich finde dieser Flo übrigens mega easy und mega stark. Muss ich sagen. So könnte ich vielleicht auch nochmal spielen. Okay, aber jetzt erstmal... Okay, aber jetzt erstmal... Lamos? Wait. Ah, richtig. Dauert immer ein bisschen. My bad. Ja, ich nehme Lamos. Der ist auch voll stark, wenn du... Denken wir beide dann top? Äh, schon. Ja. Wenn du Psychokinese und Surf nimmst, das ist so stark in der Kombo, kannst du Dauert CC machen. Ja. Genau, das habe ich auch gemacht. Das ist mega krass. Und die Ult ist ja dann auch nochmal Psychokinese. Ja. Wir müssen dann bei der Shellbell nochmal lesen. Ähm... Da stand, heilt bei jedem Move, aber wenn du Special Attack Damage machst, dann sogar noch mehr. Seht das da? Hast du das gelesen? Gerade? Ja, ja. Also. So. Stand da unten vielleicht Special Attack Plus 1 oder sowas? Das auch, ja. Dann gibt es einfach Special Attack. So, das äh... Deswegen sage ich... Vielleicht nochmal lesen. Vielleicht nochmal gucken. Venusaur, Gengar... Och ne, die haben Gengar. Die haben richtige Cancer-Comp, by the way. Ah, ja. Pikachu-Stanze. Wir, wir überhaupt nicht. Ne. Wir haben so eine Fun-Comp und die haben alles, was irgendwie broken ist. Ja, die haben äh... Tryhard, unterstech den jetzt mal. Ja, pass schon. Ja, einfach... Einfach, äh, nö. Besser sein. Nicht verlieren. Hab ich gehört. Bist du mal ein guter Tipp? Lass mir mal bitte den Master. Du bist schon Level 3 noch was und ich bin... Ja. Dude. Ich hab... den anderen Auto attacken. So. Kommen wir. Okay, Flux auf. What are we doing? What are we doing? Die machen... Inderkill. Er versucht dort Dinge, aber... Er, er, er intet komplett rein. Jetzt Pikachu. Ja. Shit. Ja, we tried. We tried. Na, holen wir hier extra Punkte. Naja. Ey. Okay, wenn du ihn in den Busch gezogen hast, dann hättest... Dann hätten wir ihn gehabt. Ja. Fighten, oder? Nee, geh raus. Gott. Ich glaub wir müssen mit jemanden von der Top-Lane drauf. So, äh... Wir sind hier... Die sind am Punkt? Ja. Pull Nona, pull Nona. Bull Nona. Scheiße, die Kineser. Hehehe. Double care. Nice one. Ich hab auch einen Kill. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lass uns jetzt schön weiterfahren. Mhm, mhm, mhm. Ich muss fahren, ich bin full. Okay, so full geht's einfach nur. Easy. Ich dachte, das wird die Ult von Lamos. Nein, man. Es ist einfach alle 8 Sekunden, dass die Leute festhalten. Wie bei... Du kannst es recasten und sie ranziehen. Und ja, es ist auch die Ult. Oh, juicy. Okay, ich versuch mal zu scoren. Hell yeah, baby! Easy. Äh, dann hier oben. Top abfahren. Oh, nee. Da ist Action. Ja, nope. Oder? Ja, ja, ja. Nee. Nice one. Gleich nochmal. Gleich nochmal scoren hier. Läuft, 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 läuft. Counter-Jungle, Counter-Jungle. Ja, ja. Ja, hast recht. Vorsicht. Oh, nur die kommt. Nope, 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 nope. Ich konnte nur noch nicht überleben, dass ich ganz als Speed durch die Früche gekriegt habe. Bro. Das war way too close for comfort. Ja, dieser Floor, dieser Floor, dieser Floor. Nice one. Nice one. Richtig gut. Richtig gut. Der war richtig gut gesaved. Ah. Der hat jetzt die Vor-Apollo-Apollo-Apollo. Ja, ja, wir machen den, wir machen den, wir machen den, wir machen den. Wir haben überhaupt keine Kombo. Die haben einfach vier Broken Charakter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die sucken einfach. Ja. Ja, besonders das Gengar suckt. Ja. Die hätten ne Kombo, wenn Gengar was machen wollen. Dann wär, äh, Schicht im Schacht. Fum gut. Ich score mal nebenbei elf. Ne, das ist doch mein Ult. Danke. Ich geb auch nochmal ab. Läuft, 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 läuft. Wir haben gewonnen. Oh. Ah. Ja, der wird total zerstört. Ja, wir haben sie ein bisschen daran gehindert, ja. Mit Ninetales immer so krass, wenn ich denke, Och, der ist zwei Level unter mir, easy. Ich 1v1 nenne mal eben. Ne. Und ähm, dann werde ich perma-perma-stunt, weil wir allein sind. Ja. Und sterb fast. Und dann, oh shit, dann hab ich 10% HP-drücke-Ult und one-shutter sie fast. Und gewinn den Fight dann trotzdem, aber es war unangenehm. Alter, das war ja komplette Zerstörung. Ja, zu Null geben ist immer gut, ne. Einziger, der bei den Kills hat, ist der Visaflor. Ja, der Gänger ist Level 8 übrigens gegen unsere Level 12. Ja, der war, der war komplett raus. Wir haben den am Anfang da gekötet, wo er geimpft hat. Der wusste gar nicht, was er macht. Und dann, äh... Ja, das gleiche hat er dann nochmal gemacht. Dann stand er alleine, hat das Vieh gemacht und war dann one-shot und stand dann da nur in der Pit, weil das Vieh explodiert ist und hat sich gewundert, was passiert war. Ich glaub auch. Und dann hab ich einfach über die Wand hingekillt. Der wusste nicht, was abgeht. Hm. Er war da. Er war vorhanden, ja. Okay, nochmal Quick oder Stand? Die meiste Zeit war er nicht vorhanden. Ich fand Quick eigentlich ganz nützlich. Ich mag die alle. Warte, wir wollten wegen dem Item. Achso. Ja, mach mal zurück. Äh, ja stimmt, stimmt. Zum Spiel kann ich... Ich bin nicht ready, aber da müssen wir jetzt warten. Es gibt keinen Deny oder so. Goddammit. Es ist ein schlechter Ready-Check. Ja. Aber immerhin ist es ein Ready-Check, also... Es wäre schlimm, wenn es kein Spiel wäre. Ich hab's lieber so. Ja, lieber so als... Deswegen... Deswegen scheint es vielleicht auch manchmal so, als wären Leute AFK, weil sie eigentlich sich sagen... Ah nee, warte, ich muss noch was machen. Ja, das ist möglich. I wanted to do stuff. Okay. I want to do stuff too. Ich muss nämlich mein ganzes Loot abholen. Ich muss meine Handschuhe wechseln. Äh, when the Pokémon hits with a move, it recovers a minimum of... Oh mein Gott. The higher the Pokémon Special Attack, the more... Also doch. Und es gibt noch Plus Special Attack, aber... Es ist... Es ist... Es ist für Special Attacker wichtig, juicy. Ja. Okay. Ähm... Ja gut. Könnt ihr mich gleich nochmal einladen? Ich hab bei einer Mission draufgeklickt, Take on this Mission, in dem Moment... Und hab mir gedacht, uh, vielleicht kann man die Mission tracken. Und dann hat's mich alleine in der Lobby gepackt. Das dachte ich auch schon, weißt du? Spiel jetzt! Es klingt so, wie du kannst sie irgendwo tracken und siehst sie nochmal. Aber... Nee. Ist es halt nicht. Es ist nicht. Es ist einfach nur... Mach sie jetzt! Es ist doof, ja. Ja. Es ist brutal schlecht. Ähm... Aber ich bin auch fast fertig mit meinem Stuff. Falls die Einladung kam, ich hab sie nicht gekriegt. Ich habe sie geschickt, denke ich, aber... Ich klicke... Warte mal, ich... Ich glaube ich kann sie hier... Okay, ja. Nee, das ist... Ich glaube ich hab sie einfach Instant Denied, weil ich halt noch im Menü war und die einfach vor mir aufpoppt und dann war sie weg. Ja. Ja, das ist, äh... Das stimmt, dieses Doppelklicken und... Aber... Es spielen sehr viele Leute, die das Spiel, weil man instant ein Match findet. Ja, es ist Free-to-Play auf der Switch... Was für... Pokémon. Mit Pokémon. Es ist... Es ist Free-to-Play auf der Switch Pokémon. Ja. Ich glaube mir fällt auf die Schnelle... Mir fällt auf die Schle... Ja, aber League hat eine krasse Entry Barrier. Ja, vor allen Dingen ist es ja... Also viel zu krasses Skill-Gap. Es geht ja damit los, dass es nur auf dem PC ist, oder League? Weißt du, du spielst hier vier Runden von dem und hast... Es ist der ja auch nur auf der Switch. Aber... Ja, 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 aber... Du erreichst wahrscheinlich die größere Audience mit dem Pokémon auf der Switch, als wenn du einfach nur ein League-Spiel, also ein MOBA auf dem PC hast, wo es auch so viel anderen Stuff auf Free gibt, weißt du was ich meine? Ja. Ähm... Ja, aber Barrier-to-Entry bei LoL ist halt auch... Ja, das stimmt. Allein der Installationsprozess ist komplizierter, als dieses Pokémon-Spiel zu installieren. Ja, das stimmt. Find ich nicht. Was? Dann hast du noch nicht darüber richtig nachgedacht, was wir gerade gesagt haben. Das! Das ist äh... Das ist äh... Die Installieren war das Einfachste, was ich je gemacht hab! Was installieren? League of Legends! Okay, dann hast du offensichtlich dieses Pokémon-Spiel nicht installiert, sondern es jemand anderen machen lassen. Ja! Es ist... ja... Oder noch nie eine Konsole in der Hand gehabt. Ja! Und ich frage mich dann... Emulierst du ein Switch? Wenn das schon jemand anders spielt. Nee, aber äh... Genau, äh... Äh... Die Aussage war ja, dass es einfacher ist, zu installieren. Und das ist halt mit drei Klicks bei der Switch gemacht. Und ich meine, auf dem PC, da musst du ja den richtigen Installer runterladen. Da geht's schon los. Du musst den doppelklicken. Äh... Aber ja, da geht's los. Aber ja, da geht's los. Falls ich jemals nochmal league, deinstalliere, dann muss ich echt aufpassen, weil die Versuchung ist dann beim reinstallieren, dann irgendwann mal, ähm, zu... Alter, du machst so viel Damage. Ähm, auf die... Oh. Mit der CD, die ich noch hab von vor Uhrzeiten zu installieren, ist zu groß. Aber dann, dann lade ich halt ne Milliarde Gigabyte... Ähm... Runde. Ja. Let's go, let's go, let's go, my man! Ich frühstück sie alle ab! Gut, machen wir jetzt zusammen das Video um. Ich hab... Ja, man kann ihn zusammen machen. So, das war mega close und Alex, ich schulde dir... Immer nicht so weit rein, nicht so weit rein, nicht so weit rein. Abhauen, oder? Hilfe! Naja, äh... Ja, hin? Okay. Nein, okay. Ich hab ne Beere, ja... Alter, der... Ja, okay. Ja, griff von Pikachu! Wow, ey! Was für ne... Was für ne... Ich hab 30 Bälle. Is good. Du hast alle Bälle eingesammelt, weil du melee bist. Hier oben ist die Aurora. Level 6. Is good, is good. Ich bin schnell. Juking! Ich komme! Ah, ich bin da! Yes! Ich nehm mal Yawn mit. Anstatt des Shills. Das ist ne richtig eklige Ability. Ja. Weiter, weiter, weiter... Xp, Xp, Xp. Äh, wie läuft's unten bei euch? Wie läuft's unten bei euch? Kommt ihr klar, kommt ihr nicht klar? Äh, Elektro, Elektro, Elektro? Ja, warte, lass mich nur den Lastet hier. Ich kann nicht warten, ich hab so'n Passive, der... Ach ja, richtig. Ich bin in die Nähe gelaufen und plötzlich ging's los. What? Es folgt? Ja, ja, das ist, das ist Hagel-Alarm. Hagel-Alarm. Was zur Hölle? Was ist das? Der Elektro-Ball? Ja. Ja. Ja, Elektro-Connect auch. Ja, Elektro-Connect auch. Pikachu ist, äh, ist ein durchschnittlich sehr starker Charakter. Oh, ja. Ich hab 27 Buries, wir müssen gleich fahren. Es lieb, es lieb, es lieb! Oh! Oh, oh, da wollte ich nicht mehr hin. Ja, können wir machen. Äh, jetzt schreib ich schon wieder zurück. Nooo. Oh, war das knapp. Ich hab, ich hab grad meine Hult bekommen. Haha. Okay. Äh, ja, lasst uns mal Bälle abgeben, ja. Ich hab auch. Oh Gott. Oh Gott. Pikachu hier. Ja, ich geb ab. Oh, die sind alle wieder hier. Und ohne Hult? Ah, shit. Ah, wir müssen abbauen. Ich hab nur noch. Ich hab nicht zu wenig Level. Ich konnte nicht weg, ey. Ich war CC, bis ich vergeb' nicht mehr. Not gut, not gut. Ja, ihr hättet nicht für die Bälle greaten sollen. Nein! Es hat zu lang gedauert. Wir hätten noch mal fighten und noch mal gewinnen müssen. Aber, ihr seid für die Bälle praktisch reinsdecided in die Volona Hult und alles. Das kriegen die hier, Alter. Boah, der hat seine Hult gemacht. Steht nicht im Kreis, steht nicht. Los, Maschok. Nice. Good stuff, good stuff, good stuff. Volona! Ich muss ein bisschen farmen. Nice, Fluxer. Es lieb, es lieb, es lieb. Es ist so ein starker Move, finde ich, ey. Einfach nur pervers. Ah, sie kommen alle. Hier, low, 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 low. Pikachu holt's? No! Ich bin. Okay. Ich muss das reinfrieren. Okay. Bitte lass mich jetzt auch mal danken. Yes, baby! Okay, ich gehe. 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 Du kannst auch hier basen, oder? Nee, kann man nicht. Nee. My bad. Pikachu an mich. Pikachu am Schlafen. Pikachu's bad. Elektrode? Ja. Ja. Nice one. Wir golen bei uns. Wir golen bei denen. Let's go. Ja. Ich habe nichts mehr zum Golen. Ich gehe zurück. So, da kommt einer. Hallo. Aua. Es lieb, es lieb, es lieb, es lieb. Waschock tut weh. Komm mal vorbei. Ah, shit. Ja, nice. Danke. Go Fluxer! Yes, baby! Die scoren bei uns, die scoren bei uns. Ja, sollen sie doch. Ja, wir haben verloren. Ich score auch nochmal? Nein, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Wir haben gewonnen. Mega gewonnen, mit 100 oder mehr. Ja. Wir haben sie richtig nass gemacht. Okay, wir haben sie nass gemacht. Dich richtig nass gemacht. Mehr als 100. Hä? Ja, wir haben sie nass gemacht. War gut. War gut. Easy peasy boys. Ja, Fluxer, die Lane hat mir gefallen. Wir haben sie einfach zerstört. Alter, wohl nur noch das Damage ist so sick. Ja. Ja, wenn man die richtig spielen kann. Die ist jetzt aber auch nicht besonders schwer. Ich habe Dazzling, Gleam und Blizzard genommen und einfach das Damage reingespampt. Ja. Also einfach brutal viel Damage. Ich fand auch unsere Kombo sehr gut. Ich finde auch den CC auf Relaxo sehr, sehr gut. Ja, wir haben einfach auch übertrieben viel CC, ne? Ja, wir haben einfach gesteamrolled. Da ein Knockup, da ein Stun. Oh, ich lass die mal schlafen. Ich habe halt auch mit 10-15% HP einen Seroran Gauge überlebt durch unseren CC. Ja. Das war... Das war close, jaja. Brutal close. So, was ist jetzt Random Match? Oh, Friendly Match? Oh, Friendly Match? CPU Match? Oh, nach 2 Level, dann kriege ich mal ein Crash. Oh! Oh! Okay. Nice. Was ist das? Add CPU. Ich würde gerne mal die Karte tauschen. Ich habe die andere noch nicht gesehen. Also gut, das war die Tutorial Map, aber ich habe sie sonst noch nicht gespielt. So. Naja. Wie funktioniert denn das mit dem, äh, mit dem Glücksrad, Bälle ziehen, Gedönsloot? Da kommt irgendwas raus und dann habe ich die Chance, exchange for one irgendwas. Für irgendeine Currency, die ich jetzt gerade in der Stelle nicht sehen konnte, was es ist. Erstens, was ist das? Zweitens, wie bekommt man's? Drittens, was bedeutet das Exchange? Ist das einmal austauschen gegen ein anderes Friendly? Nächste Frage. Nächste Frage. Also ich weiß nur, du sammestst die Energie hier nur beim Kämpfen. Also, ne? Danach. Ähm. Ja, die Energie, ja. Wenn du 100 hast, gibst du das einmal aus. Aber man kann's auch vorher ausgeben. Bevor's, bevor's einmal voll ist. Ja. Bist du sicher? Oder hattest du eine Ladung voll, weil du kannst Ladung ansammeln, dass es bei 100 ist, dann drüber geht und dann halt... Da müsste ich gleich nochmal gucken. Einstehen müssen. Queue immer so schnell und gleichzeitig noch so schnell spiele, dass ich kaum eine Sache machen kann. Das ist ein schönes Problem. Ja, ne? Ja. Nein, let me swap. Ah, dammit. Das einzig Unschöne ist, dass man dann Sachen irgendwie anklickt, dann bekommt man irgendwas und kann nicht sehen, was das ist, bevor man rausgerissen wird. Und dann kriegt man das aber auch nicht nochmal zu sehen, dann verliert man so ein bisschen das... Also das ist das Einzige gerade daran. Ich hab eine Ladung voll, könnte man dann gleich mal aktivieren, mal gucken was da steht. Aber wenn man sich zurückhalten kann und nicht immer alles anklickt, was einen roten Punkt hat, dann kann man am Ende einer Session richtig schön viel machen. Das stimmt. Das stimmt. Aber da kann ich mich nicht zu sagen. Aber das kann ich nicht. Ich auch nicht. Loot open! Es gibt auf Youtube ein Video, wo jemand bei League of Legends vier Jahre lang Loot gesammelt hat. Nein, nein. Das ist das Bullshit. Hat er bestimmt gekauft. Hat er bestimmt gekauft. Dann bricht alles zusammen. Ja. Ne, weil der hat da Orbs aus vergangenen Events und so... Alles gekauft und dann aufgehoben. Keine Ahnung. Muss man sich mal anschauen. Genau wenn die Vents vorbei sind. Ja. Wollen wir den unteren machen? Lass mal den... Den Dings... Äh, ich hab... Äh, nope, 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 nope. Die sind hier zu viert! No! Run, Fluxer! Da! Run! Das war so close. Ich mach jetzt einfach mal 50 dann durch. Über uns. Äh, Nebulock. Hinter! Ich hab gemisst! Nice one! Ja, dass die zu viert waren, war... ein großer Surprise. That's my Barry! Das sind mir zu viele Gegner, Jürgen. Geht dir das auch so? Ja, das ist, weil wir an deren Base standen. Ja, ja. Ja, okay. Okay, Paddle Dance. Hm. Ich hab mal jetzt nicht so large Streifen. Mal gucken, wie das so ist. Nebulock unten. Der Frosch hier oben. Oh! Oh! Juicy! Okay, was denn? Nice one! Ich muss mal... ein Vollzball machen. Cooldowns, Cooldowns, Cooldowns. Aber Auto-Tags, Mann! Ja, I did. I did Auto-Tags. Ja, da bist du weggerannt und hast... Cooldowns, Cooldowns, Cooldowns gesagt. Ich hab's grad im Stream gesehen, du hast gar nicht Auto-Tag-t. Du bist einfach rumgerannt. Ich freue mich, aber... Ich hab noch mal so oft gehört zu decken. Das wär voll drin gewesen. Das war alles scary und jetzt komm ich nicht raus, ich glaub... Ja, ja. Oh, Gott! Lappen! Schüsch! Coming. Coming! Okay, die Frage ist jetzt auch... Schaffen wir es irgendwann mal in irgendeinem Spiel, das Vieh in der Mitte zu rücken? Nein. Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, wenn wir die Gegner acen würden und kaum Bälle haben, dann wäre das auch richtig sinnvoll, das zu machen. Aber das werden wir dann trotzdem nicht machen, dann wird irgendjemand mit drei Punkten danken gehen wollen. Nja... Tuck, 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 tuck. Uff. Der Damage. Ich bin schon wieder auf, Vorsicht. Oh, I'm dead. Nein! I'm dead! I'm dead! I'm dead! Tun sie das, ja? Ja, denn da die 40. Ist das so Gänger? Ja. Achso, genau. Ich wollte jetzt mal... Man sieht auf der Minimap... Ich hab grad die 40 gesehen. Man sieht nur große Beträge, kann das sein? Ja, man sieht, wenn die maximal voll sind. Ach, wenn sie voll sind. Ja, gut, okay. Alter, also Gardevoir hat so eine krasse Ability, ist insane. Ja. Ist eigentlich Schock oder was das ist? Ist crazy good. Good Damage, ja. Ja, ich bin da runter. Ich dachte, wenn die jetzt kommen, ich Ult dann und dann mach mir was. Aber dann seid ihr alle rausgerannt. Und der Schild! Was war das für ein mega Schild, Alter! Ich dachte, ich krieg das noch easy. Das war ihre Ult. Oh mein Gott, again! Wow. Es ist wieder passiert. So. Aber die haben nicht gedankt. Ne, ne. Aber... Wir haben noch vorgedankt. Ja, unten, unten, unten. Also wir haben ja auch noch nicht gedankt. Das ist ja... Ja. Doch, schon ein paar Mal. Haben wir? Naja, nicht. Ja. Also ich schon zweimal. Ich hab auch schon zweimal. Wie viel Punkte? Einmal 20, einmal 15. Okay, dann haben wir also 35... 45, ja. Genga von unten. Genga hat mich einfach ge-one-shottet, ne? Kill it! Kill it! Es hat cooldowns. Ja, ja. Ge-ulted und er hat mich einfach ge-one-shottet. Nice one. Oh, okay. War gott 50 Punkte. Ahhhh. Okay, man sieht Maximum und wenn sie kurz vor Maximum sind. Nein. Nur Maximum. Da, 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 da. Da war grad ne 48 oben auf der Karte. Ja! Ein Monster. Man sieht ab 40. Man sieht ab 40. Okay, so. Ich weiß, dass ich 40 auch gesehen habe. Nice, man. Das hat's gerissen. Das waren 50 Punkte. Auf jeden Fall. Wir hätten mit 91 verloren. Ich hab nie gedankt, ja. Nee. Ich kam auch nicht dazu. I... I killed people. Aber wenn du dir die Gene anguckst, sind's halt auch... Jeder von denen kann mich einfach richtig behauen. Ja. Genau. Und wir sind halt beide gleiche Charakter, ne? Range-Casting... Ja, ja. Wir sind Range-Caster. Ich mein, wir haben... Wir schießen einmal rein und wenn wir dann jemanden nicht one-shotten, danach sind wir dead. Na ja. Na ja. Ich bin mit dem Paladins bin ich reingerannt. Das lief... Nicht schlecht. Super. Das ist das... Ja, aber das haben wir jetzt zusammen nur einmal gemacht. Ja, nee. Ja, ja, ja. Zusammen nur einmal. Und dann bei Base-Verteidigung oder so. So, jetzt mach mal dein Dings. Mein Dings? Achso. Ja. Ja. Äh, okay. B und A nicht vertauschen. Äh, hier. So. Ich hab 70 von 100, aber ich hab nur noch eins. Äh... Oh, ich... Ah. Ich hatte nämlich... Ich hatte nämlich... Ja, ja, du hattest. Sorry. Ich hatte nämlich zwei. Und ich hab jetzt immer noch eins. So, und jetzt macht's ne Animation. Yadidada. Okay. Und dann krieg ich jetzt irgendwas und dann drück ich A to proceed. Mhm. Und ich hatte hier die Haare bekommen, den Haar-Style. Und dann stand irgendwie Exchange. Und da stand dann... Äh... Für ein... Ein irgendwas stand da dran. Irgendein Bild von einem... Von einer Currency oder irgendwas anderem. Ha. No idea was das war? Ja, auch keine Ahnung. Ah, ich... Ich muss hier den fucking Ejector machen. Nein, das... Äh, ja, ich glaub die Fashion-Tickets... Sind das... So. Und jetzt war ich so smart und bin einfach gegangen ohne euch. Äh, das... Das ist natürlich... Wunderbärchen. Das ist ein Scheiß. Ja, sorry, ich bin... Ich bin aus der Lobby. Aber nicht aus der Lobby, um dann wieder reinzukommen. Sondern ich hab's verlassen. Verlassen. Held. I bet. Äh... Ist auch ein bisschen weird. Also... Ja... Ich war beim gleichen Friseur wie du. Ich hab mir jetzt auch erstmal schon hardware gequemt. Da wir alle noch in der gleichen Lobby zusammen sind, hol ich dich mal wieder rein. Ich mach mal ne Request. Es gibt noch ne Currency. Ja, es gibt ne Millionen Currency. Ja, es gibt ne Millionen Currency. Es ist ein Free2Play-Game. Ja, genau. Es muss so verwirrend wie möglich sein. Genau. Ja, also es gibt die Münzen. Nice. Es gibt diese Sternteile. Es gibt die Tickets für die Klamotten. Dann gibt's nochmal Fashion-Tickets. Wir haben unterschiedliche Polis. Ja, haben wir ja. Nice. The same. Meiner ist cooler. Nur weil er ein bisschen cool ist. Okay, was spielen wir? Ich muss ja mich jetzt kümmern. Ja, viel würde ich sagen. Ein, zwei Runden. Wollen wir mal? Wie viel Zeit ist noch? Oder für... Warte. Ach nee, das ist das Ende. Zehn Minuten haben wir noch. Kann ich hier die andere Map auswählen? Nee, das hab ich versucht. Das geht leider nicht. Das ist voll traurig. Map-Change is four hours. Ja, ja. Da steht, du könntest sie wechseln. Also nur so mit Button, hey, Map-Change. Ja, dann springt's automatisch zurück. Ja, das ist... Wow, ich drück den Button und es hat instant ein Match. Das ist stupid. Naja. It is what it is. It is what it is. Einer nicht ready, der will noch mal kurz drücken in die Menüs. In den Menüs. Er will in die Menüs drücken. Das hat der Vorteil in League of Legends. Das dauert so lange, dass du noch alles erledigen kannst. Das war auch gutes Matchmaking. Das stimmt, das stimmt. Aber selbst dann, wenn du einen Charakter auswählst, dauert es noch mal so lange. Ja, das ist auch nur, damit du die Runen einstellst. Warum haben jetzt manche Charaktere diesen blauen Pfeil nach oben unten? Damit kriegst du mehr von dieser Währung für den Glücksfall. Das heißt, ich krieg für meinen Lieblingscharakter weniger. Cool. Das ist Trash-Game. Das ist Trash. Das ist wie bei LOL mit diesen S-Rank-Kisten. Ich glaube, es hat einfach mit Hey, das wäre vielleicht gut für das Team. Was? Ich habe die Vermutung, es ist so ein Hey, das wäre gut für die Deal-Conf. Weil das ändert sich ja auch, das bleibt ja nicht auf demselben. Es ändert sich nicht. Es bleibt auf dem, den du nicht gespielt hast. Es wäre, wenn ich jetzt meinen Ninetales nicht mehr einlogge, wäre es wieder da. Okay, weil ich hatte gerade dieser Floor, deswegen wundere ich mich. Ja, ich hatte Ninetales auch. Das geht über drei, vier Matches oder so. Außerdem steht es oben rechts. If you select a Pokémon with this mark, you will receive an additional 50 Battle Points. Jaja, die Bonuspunkte. Aber nicht, was die Kondition dafür ist, dass es mit dieser Auswahl kommt. Es ist dieselbe bei mir wie bei dir gewesen. Ah, okay. Da hat jemand Money gedroppt. Ja, Battle Pass gut. Also kann es sein, dass es halt wirklich einfach nur... ...random ist. Ja, es ist... ...random und alle paar Maps, wie Draco sagt, auch scheint schon anders. Ja, ist gut. Also dann doch lieber mit, hey, guck mal, dein Team braucht einen Defender. Du kriegst jetzt Bonus-Coins, wenn du ihn spielst. Aber, naja. Gut. Okay, wer kommt top? Nice, Luxor. Wir machen wieder die Killer-Comp, ja? Hier. Ja, find ich gut, find ich gut, find ich gut. Oh. My bad. Also lass mal den unten nochmal versuchen. Holen wir den? Ne, wir holen die Monster... Äh, die... Die Monster... Die Gegner, sag ich. So fit dazu. Oh, nice, nice, nice. Sie haben Aggro. Sie haben Aggro. Stimmt. Oh, die kriegen mich noch. Vorsicht, vorsicht. Nice. He died. Okay, good stuff, good stuff, good stuff. Okay, bro. Der Damage ist real. Run, David. Fuck him. Nevermind. Okay, ich nehm jetzt mal Giga-Drain mit. Haha, Slivability. Okay. Äh, wir farmen weiter? Ich geh farmen. Ey, schau mal. Ich fahr mal. Absoll. Bei mir, Absoll, ja. Ey. Was denn? Er geht, er geht. Du hast meinen gespielt. Du hast über die Warte Auto attackt. Ah. So. Das mal jetzt versuchen. Elektroball wieder ab. Elektro, ja. Ja. Okay, nice. Oh, zu uns pullen. Pröst. Nice. Okay, jetzt. Jetzt Solarstrahl. Der gute alte Solarstrahl. Der haut doch rein. Wo? Über uns? Apollo? Hallo? Ich, ich danke. Hast du auch danken? Huge. Und wir haben ihn einfach gemacht. Willst du auch danken? Versuch mal zu danken. Okay, und dann danken. Nice. Ein Ball. Ich bin durch, ich bin durch. Der Disrespect. No. Nice. I'm a wolf. Oh, shit. Ich komme. Coming. Dang. Ich schlafe. Screw you guys. Nice. Die Zerstörung. Das ist richtig gut, man. Okay, ich sammle deren Jungle hier oben ab. Oh, god. All Polo ist so fucking stark. Warte mal auf Gengar, du. Das ist doch Gengar. Ja, ist wirklich sehr lange untargetable. Ja. Coming. Nice one. Ah, 10 Bälle, deswegen sind die so wichtig. Wo kam denn der Damage her? Wenn wir, wenn wir gegen den nochmal so klappen, den Boss in der Mitte einfach mal machen. Ja, man. Einfach das, was wir auch mal gemacht haben. Das kann ich so schnell einfach alle Abzoll vorbei gerannt. Absoll, ja. Ah, sorry. Ja, ist gut. Cooler Schaden, doch. Bleib im Busch, wenn du so lobest, Brody. Oh mein Gott. Jetzt, jetzt. Äh, ich wurde reingezogen von dem Ult. What? Na, Ult oder Lick? Ne, Lick hat er gar nicht mehr. Uff. Nein, das war der... Äh, ich glaub, das war der Pummeluff-Verschnitt da. Meinst du das Knuddeluff, die Weiterentwicklung von Pummeluff? Sag ich ja. Knuddeluff-Verschnitt. Pummeluff-Verschnitt. Pummeluff-Verschnitt, ja. Aua. Nooo. Viven ist so schnell verreckt. Alter, 4000 damage. Okay. Na, Gengar. Gengar holt. Ja, es ist, es ist jetzt Gengar. Es ist Hex, es ist Gift Hex Gengar. Wenn man es nicht vorher kaputt macht, äh, schwierig. Sehr schwierig. Wir haben es vorher kaputt gemacht. Ja, ja. Ja. Aber ich... Mein... Mein nur generell. Ren-Delete. Okay. Das Vieh in der Mitte versuchen, oder ja nicht? Ja, nicht. Sie ist ja, was die ganze Zeit los ist. Ja, gut. Das ist... Ein Versuch? Ein Versuch? Ein Versuch? Und dann ist es gestorben. Okay, äh... Draco stirbt wahrscheinlich? Du. Hm? Alter, okay. Kuddeluff... Kuddeluff rennt. Kuddeluff running, man. What the fuck? Aber wo rennt es hin? Es geht wieder. Es wollte scornen. Es wollte scornen, aber ich kam dazwischen. Ja. Ich Spector score mal. Nice. Okay, Pikachu will auch scornen, aber hat man nicht ganz verstanden. Das werde ich ihn davon abhalten. 64 Spector. Nice, nice, nice. Achtung, Gengar unten. Ja. What? Na komm. Ihr lauft übrigens auf den Lanes mega schnell, ne? Falls euch das noch nicht so verfallen. Doch, doch. 1. 1. Stirb bitte. Oh Gott, okay. Easy, Gamer. Wir haben verteidigt. Ich guck meinen Score an, ne? Da guckt meine Punkte an. Sie wollten scornen, aber sie konnten nicht. Dadurch, dass wir da oben so durchgerockt sind das eine Mal, ich habe so viel gescored. Ja. Ja, das war auch am Anfang. Und jetzt am Ende habe ich noch mal richtig viele reingepackt. Richtig gut gespielt. 49. 123. Holy. Richtig gutes Spiel. Richtig gutes Spiel. Richtig gutes Spiel. Hat mir gefallen. Hat mir gefallen. So. Ja, Level 10. Ja, da würde ich sagen, jetzt eine abschließende Runde machen wir noch. Und ähm. Ja, warte. 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 Ja. Ja, man. Der Dude ist Level 10. Er muss sein Item abholen. Achso. Achso. Ja, ja. Das ist das Item. 7. Ah, ich bin fast 10. Das muss ich auch machen. Ich brauche meinen Fix. Oh. Ich habe eine Uhr bekommen. Shit, man. Hell yeah. Oh mein Gott. Dafür, warte mal. Die muss ich erstmal, die Rolex muss ich erstmal anlegen. Hell yeah. Hm. Ah, ich kann jetzt Items upgraden. Ist ja mega gut. Wobei ich sagen muss, das Spiel ist immer noch komisch, weil du kannst nicht Socken mit den Sandalen tragen. Ganz komisch. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Kannst du nicht als Linus cosplayen? Wie bitte? Kannst du nicht als Linus cosplayen? Nee, kann ich nicht. Es ist hier. Ich zeig's euch. Es ist literally, ihr seht's, unplayable. Unplayable. Wenn ich jetzt wieder auf die Sandalen gehe, sind die Socken weg. Pff. Also. Ich weiß. Ich weiß auch nicht. Das ist ein Burn von den Japanern an uns. Ja. Ich habe meinen XP-Share jetzt auf 10 gelevelt. Aber Japaner tragen auch Sandalen mit Socken. Das ist bei denen sogar eine traditionelle Sache. Okay, bin ready. Wir haben extra 10 Socken, damit die Sandalen damit besser tragen können. Ja, aber das sind ja Flip-Flops. Deswegen. Das sind keine Flip-Flops. Das sind diese Holzdinger. Nein, ja genau. Das meine ich ja. Aber diese hier sind Flip-Flops. Ach so. I'm ready. Ich bin auch ready. Oh well. Ich bin ja der Boss. Ich hab vergessen. Ich sitz hier und sag ja, ich bin auch ready. Mach mal einer, go. Aber ja, ist auf jeden Fall ein großes Problem. Ich hoffe, sie patchen das im nächsten Update raus. Sandalen besorgen, bitte. Ja, es ist unplayable, das Spiel. Es geht gar nicht. Nein. Scheiß mal auf Broken Gengar. Scheiß mal darauf, dass Gengar broken ist. Das ist egal. Die Sandalen-Nummer, pff. Ich muss ehrlich sagen, als du Gengar gespielt hast, sah es nicht broken aus. Nee, das stimmt natürlich. Du musst die Socken über die Sandalen anziehen. Das stimmt natürlich. Ach so, du meinst noch so, oh no. Ja, nee, 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 nee. Okay, äh, X-Attack. Nein, ich will mal den Eject buttonen. Und ansonsten? Das ist nicht gut. Gib mir. Mach's a bad. Okay. Obe diesmal Avalanche. No, not now, I'm good to go. Oh Gott, Hilfe. Okay, wir haben die Skischnitte. Jax, Singer und Tomate. Die Skischnitte. Mhm. Ich hab, als ich neulich mal das Ding mit dem Rate gemacht hab, da hieß einer Schnitzelboy. Oder Skischnitte. Die Skischnitte. Nee, Skischnitte. Nee, Skischnitte. Aber Schnitzelboy ist... Skischnitte. 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 Ready, go go. Ich bin ganz vorne, ja. Ich geh top so. Warum hab ich da so ein Ding über meinem Schädel? Weil die ein Licht auf geht. Mir geht ein Licht auf, guys. Nee, du hast XP-Shade dabei, oder? Ich hab XP-Shade dabei, deswegen kriegst du alle Last Sets. Tschüss. Nice. Sehr, sehr nice. Guck dir an, wie ich trotzdem Level 3,5 bin. Ja. Okay, what do we do, what do we do? Bot ganken. Die sind so tief drin. Oh, die sind richtig deep, Alter. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ja, okay, wir machen Gottes Vieh. Das große Vieh. Legtrobal. Yes. Legtrobal. Nice one, nice one. Oh, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Slowbro. Nice. Get him. Nice. Juicy, juicy, juicy. Ja. Ich bin low. Ich geh kurz heilen. Ich kann nicht. Nein, ich konnte nicht danken. Es war, es war too much stuff. Es war too much. Man, jetzt hab ich die falsche Ability. Nee, ich glaub, die ist gut. Ich hab Aura Vale. Aber Avalanche dazu, das ist jetzt nicht, was ich wollte. Ich weiß nicht, was sein Plan war. Es, äh... Okay, ich bin jetzt Support, Nine Tails. Ich hab das Attack Speed. Ich glaub. Er hatte keinen, er hatte keinen Plan. Bin ich ehrlich. Er war... Ja, existiert einfach. Okay. Äh, schade. Legtrobalt down, ich müsste mal... ...danken. Ist ein Gegner. Nicht einfach rumstehen. Hm. Ich geh mal danken, die 13. Why not. Oh, der hat 22. Wir müssen... Der hat 28. 28, ja. Wir müssen ja nicht... Oh, die hunden mich. Soll ich wieder rein? Bist du drin? Ich bin... Ich bleib dran, ja. Oh nein. Oh, ich kann nichts machen. Ich bin zu los. Er hat Flash. Nice. Ich kann mit dieser blauen Anzeige einfach nichts anfangen. Ich weiß nicht, was das bedeutet und wie viel der da noch hat. Naja, das bedeutet gar nichts. Er hat keine HP an der blauen Anzeige. Wenn du den mal spielst, merkst du das. Das ist kein HP, das blaue Zeug. Mhm. Ähm. Das kannst du hier... Ja, irgendwie so. Aber es ist auch nicht ganz richtig, weil du auch mehr als das hielst. Easy. Na, ich bin noch raus. Kurzer, kurzer, kurzer. 24 Punkte. Wieder rein. Keyblast! Okay, vielleicht brauche ich Ult. Ich habe meine Ult gedrückt und nichts ist passiert, ey. Oh. Nice. Mann, ooooh. No. Kam noch raus. No, no, I can't die here, I can't die here. Oh mein Gott. Huge lead defend. Ja. Okay, ich habe 40 Bälle. Die muss ich jetzt aber auch mal abgeben, du. Bitte? Äh, ich will die Bälle abgeben. Ah ne, 40 Bälle. Yes, yes, yes. Okay, die haben oben den Volt-O-Ball verkackt. Komm, 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 komm. Score! 40. Jetzt Mitte, oder? Ah ne, ne, ne. Die sind alle da. Äh, na. Wenn wir hier einen K. oder zwei kriegen, dann ja. Dieser Flot. Okay, nicht ganz okay. Der eine Dunk. Der eine Disrespect Dunk. Nicht ganz so geplant. Okay, wir sind raus. Wir sind raus. Ja, ja. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Der eine Blockball? Ja. Der eine Elektroball, ja. Oh, okay. Nice. Und Mitte? Feuerzeichen? Mmh, hm, hm, hm. Okay, okay, okay. Irgendein AOE-Gedöns. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. hmm... Geo, go, 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 go GOOOO... my God Nichts sehen lassen Haben wir den? Ja wir haben die Frostaura bekommen Finde ich gut, finde ich gut Wieso renne ich hier denn einfach an dem North yем? Ich, ich, ich war die ganze Zeit an dem North Ja, aber... Ja, du ja! Du hast einen Flieger. Unser fast Kollege Spiesi Raura ist einfach durch ihn durchspaziert und weglaufen. Ich hab hier zurück zu deren Dings geultert und dann hab ich Punkte gemacht. Fuh, Eisblock! Die können keine Punkte machen. Die können keine Punkte machen, wenn wir das Feen der Mitte holen. Das ist ja richtig geil. Richtig versaut grad für sie. Gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist doch ein schöner Abschluss. Und da wir spawnen nach 30 Sekunden. Ja, ne? Ja. Richtig gut, man. Es fing mäßig an heute. Und jetzt... Ja, aber jetzt... Wir mussten uns erstmal wieder einspielen, ne? Ja. Das ist ganz klar. Wir haben auch, als wir angefangen haben, alle Charakter gespielt, mit denen wir jeweils alle nicht gut sind. Ja. Lass den mal ausprobieren. Genau, und das macht dann jeder uns schlechte Team Comp und gegen Leute, die höhere Level haben und mehr Sachen machen. Und so weiter. Ja, ja, ja. Es kommt alles zusammen. Kommt alles zusammen. Und wir spielen jetzt 4 gegen 4, wo wir keinen Teammate haben, der einmal dumm reinrennt und stirbt, zweimal dumm reinrennt und stirbt, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und immer weitermacht. Ja. Das stimmt. Das ist auch eine große Erleichterung. Ähm... Ja, ne, und dann würde ich aber sagen... Genau. Wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch, dass ich hier so fleißig mitgespielt habe, Leute. Vielen lieben Dank. Ähm... Natürlich auch an alle, die zugeschaut haben. Vielen lieben Dank. Und, ähm... Ja, morgen geht's direkt weiter mit der nächsten Folge Neo. Die vierte. Wollen wir mal gucken. Saturday Dogs. Vielleicht machst du ja mit. Vielleicht. Ja, wenn ich bis dann weitergespielt hab, ja. Achso, okay. Dann wahrscheinlich eher nicht. Na gut. Ähm... Ja, aber ansonsten, falls ihr mit dem Chatdiff sehr Bock habt, morgen gibt's Neo. Können wir gerne zusammen eine Runde kooppen. Ansonsten. Sonntag. Das Spiel dessen Namen ich jetzt nicht mehr genau weiß. World War One... Verden... Verdun... Ist es Französisch? I don't know. Äh... Es ist Französisch. World War One... Ist es Französisch? I don't know. Es ist in Frankreich und der Name des Orts. Krieg. Es gibt Krieg am Sonntag. Sonntagabend, ne? Äh... Gab's bis gestern noch im Epic Store for free. Vielleicht hat's ja noch einer gesnackt, der mitmachen will am Sonntag. Ähm... Ja. Flugsetten vielleicht? Ich hab keinen Epic. Und nein. Ah, okay. Stimmt, stimmt. Okay. Na gut. Ähm, dann Dank ist auf jeden Fall mit dabei. Äh... Am Sonntag. Und ansonsten... Ja, könnt ihr mal schauen. Gut. Das war's von mir. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Bis zum Ende. Ciao, ciao. 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 Ciao.